Willkommen zurück. Es war langweilig ohne euch. Herzlich willkommen zum 12-Jahre-Special. Vor 12 Jahren, vor genau 12 Jahren, habe ich diesen Kanal, ne, diesen Kanal nicht. Aber ich habe angefangen vor 12 Jahren zu jetzt playen und das feiern wir jetzt, indem ich wieder nach langer Zeit wieder anfange, Hearthstone zu spielen. Yay, Hearthstone, mein Gott. Ach ja, das waren noch Zeiten, so 2015, ne. Ach ja. Und ich habe ja dann aufgehört, weil das mir dann nach einer Zeit wirklich zu monoton war, weil immer die gleichen Decks so in der Meta erschienen sind und dass es wirklich so vorangefährlichste Decks gab im Internet und sich jeder daran bereicht hat, ja, und dann in die Leiter ganz oben aufgestiegen ist. Dann hatte ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Aber jetzt habe ich wieder Bock auf das Spiel und bin gespannt, wie sich das Spiel im Laufe der Zeit verändert hat, weil ich habe das Spiel seit 5 Jahren nicht mehr gespielt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Willkommen zurück, ja. Wir haben ein paar Quests und Belohnungen, mit denen ihr im Nu wieder munter mitmischt. Mitmischen. Tue ich das nicht sowieso, weil ich ein Kartenspiel spiele? Belohnung vergessen. Zwei Belohnungen von einem früheren Belohnungs-Event wurden eurer Sammlung hinzugefügt. Schloss Natria. Äh, okay. Vier Quests. Mein Gott, ich muss erst mal leiser machen hier. Jaja, warte, das schauen wir uns gleich an. Erstmal muss ich hier leiser machen, sonst hört man mich ja gar nicht. So, ich glaube, das sollte passen. Ähm, neues Kartenchaos. Die Macht der Magie verteidigt Azeroth gegen die Invasion von Maligos, des Dunkelschwarms. Entdeckt die Magie in euch und vernichtet das Böse und berüchtigten Schergen böser Prinz Keltas. Lüftet die Geheimnisse des Schlachtfelds. Entdeckt im Zug 4 eine Quest. Beim Abschluss wirkt eine Belohnung. Neue Helden, Merlock, Kolms und Graf Denatrios. Elf neue Diener und Helden-Upgrades und Brillants. Ja, okay. Das sind die ganzen Sachen, die sie verändert haben. Ich lass mich einfach überraschen. Ja, Packs, ja komm, ist mir egal. So, äh, dann schau ich erst mal nach, ob die Aufnahme passt, ne? Weil nicht, dass ich jetzt hier rein starte und ihr hört mich nicht oder was weiß ich. Irgendwas stimmt nicht, ne? Dann sind wir uns gleich wieder und dann schau ich mir das alles an. Also bis gleich. Alles klar, hier wär ich ja schon wieder. Passt alles. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal durch und schauen uns das Ganze an. Also ich kenn das ja von früher, dass da nur Spielen dran stand. Und irgendwie Deck oder so. Und jetzt sieht das ganz anders aus. Ach, by the way, ich war zwischenzeitlich. Hab ich mich einmal angelockt. Und da gab's so ein Event. Da hat man einfach so 100 Gratis oder 150 Gratispackungen bekommen. Äh, drei davon hab ich geöffnet. Und jetzt hab ich noch 147 übrig. Ähm, ja, wurde einfach so verschenkt, weil man, glaub ich, weil Blizzard gemerkt hat, oh, die Heartstone-Spielerzahlen sinken. Ja, wir müssen die Leute ein bisschen belohnen. Und ja, dann hab ich mir ein paar Packs geholt. Ich glaub, die können wir mal gleich öffnen hier. Äh, ach so, 75 von diesen zwei Dingern da. Wahrscheinlich, weil ich die ganzen Dinge gar nicht, äh, kenne. Ähm, würd ich sagen, öffnen wir es mal. Äh, pisch. Och, das hab ich vermisst, so. Diese ganzen Sprüche. Oh, äh, pisch. So, hier, Live-Card-Opening. Legende, ja. Äh, Moment, ich mach mal meine Webcam wieder ein bisschen weiter weg. So, links. Ich glaub, links sieht's besser aus. Jäger Altimur ruft einen Gargon-Begleiter bei Durchfluten. Was ist Durchfluten? Wird nach dem Tod von X befreundeten Diener auf der Hand aufgewertet. Okay. Nun gut, ich hab keine Ahnung. Ich bin komplett raus. Selten! Selten! Boah! Boah, geile Animation. Selten! Wir gehen... Ich glaub, den Witz hab ich schon mal gebraucht. Wir gehen selten! Nein, ich geh nicht selten. So. Was ist Mana-Durst? Ein Bonus, wenn ihr X-Mana-Kristalle habt. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. It's... It's a long... Äh... Time. Since I played this... Game. Before. Uh, ein Episch. Ja. Erfolg. Was? Es gibt eine Folge? Was war das denn jetzt? Okay, das kenn ich nicht. Oh Gott, ich bin so raus. Ich bin ein alter Hearthstone-Spieler. Ein ganz alter Hearthstone-Spieler, so. Ich hab damals noch angefangen, als es noch nicht mal Naxxramas gab, ja. So alt war das. Das war 2015. Paladin-Sammler. Sturm in Stufe 1. Okay. Ne, ich geh nicht zelten. Vergiss es. Kann man die... Kann ich die Karten eigentlich noch benutzen? Oder sind die schon alt? Ich meine, es wurde ja irgendwie mal umgestellt auf Wild, ne? Und Wild war so ein Modus, da konnte man alle Karten benutzen. Und dann gab's noch so einen Modus, den Standard-Modus, ne? Da konnte man nur die neuesten Karten benutzen. Fand ich persönlich blöd, dass sie das, äh, ja, geändert haben. Ich finde, man sollte nach wie vor alle Karten nutzen dürfen, von allen Sets. Aber das Problem ist, äh, der Wild-Modus, der hat immer so eskaliert, nach einer gewissen Zeit. Und, ja. Ja. Aber mittlerweile ist Hardstorm wahrscheinlich... Ja, ich will nicht sagen, so komplex wie Yu-Gi-Oh! Aber es ist doch komplexer als, äh... Früher wahrscheinlich, ne? Golden und gewöhnt! Golden und gewöhnt! Ah, super! Ich glaube, wie ich das vermisst habe, irgendwie. Ach, Mann. Golden und selten! Ah, jetzt kriegen wir lauter Achievements. Keine Ahnung, ob die irgendwas bringen, die Achievements. Oh, Mann. Selten! Weißt du was? Ich... Ich mach diesen Part so lang ich will, ja? Auch wenn er 10 Stunden dauert. Irgendwann hab ich richtig Lust auf Hardstorm. So. Oh, ne... Oh, ne legendäre. Okay. Mordrash, Feuerauge. Fügt allen Feinden 10 Schaden zu, wenn ihr mit eurer Heldenfähigkeit in diesem Spiel 10 Schaden verursacht. Das ist ein Mage. Okay. Okay. Eine gute Late-Game-Karte, auf jeden Fall. Äh, wow. Hat schon was, ja. Also im Late-Game auf jeden Fall geil. Uh, und episch auch noch. Löst das Todesrechern als befreulich den Dinos aus und vernichtet ihn dann. Okay. Das heißt, man hat zweimal Todesrechern quasi aktiviert. Ich muss da noch schaffen. Wow. Golden und episch. Und hier eine legendäre. Krass, das war gut. Fügt dem Feind den Helden am Ende des Zuges 6 Schaden zu. Und hier Untot. Ist das ein neues Ding? Scheint so, weil ich kenn dieses nicht, ne? Und hier Arkan. Achso, Arkan ist wahrscheinlich Zauber, ne? Weil das ein Zauber ist. Naja. Also ich hab keine Ahnung, was das für Karten sind. Welche Karten gut sind, welche schlecht sind. Ich bin total raus, ja. Keine Ahnung. Ja, zelten. Wir gehen ja gleich zelten. Keine Sorge. Wir spielen da einen Jäger und dann gehen wir eine Runde zelten. Lauter Achievements. So, by the way, ich kann ja mal kurz reinschauen. Wegen, äh, ne Optionen. Ne, naja, Gott. Äh, ich geh mal kurz zurück. Dann gehen wir mal auf, äh... Oh Gott, hoffentlich haben die dieses Menü geändert, weil das hat mich so aufgeregt, dass man da immer rumblättern muss, ne? Weil die Übersicht dadurch extrem verloren geht. Äh, das haben sie nicht geändert nach wie vor. Äh, aber man kann schnell hier weiterscrollen. Ach Gott, das hat mich so genervt. Da, jetzt muss man hier weiterblättern. Ich stelle dir mal vor, man hat jede Heartstone-Karte. Wie weit man da immer blättern muss, nur um eine Karte zu finden. Das hätten sie wirklich ändern müssen. Mein Gott, was habe ich denn da für Decks? Dämonenjäger. Das sind wahrscheinlich alles Wild-Dinger, ne? Ich habe keine Ahnung, ich bin komplett raus. Ja, das sind alles Wild-Decks hier, ne? Ihr seht das. Rekruten-Spam. Mechajaraxus. Keine Ahnung, ich bin komplett raus. Hab alles vergessen. Öffnen wir weiter Packs. Wir haben noch 119 übrig. Damit unsere Übersicht im Deck-Modus noch weiter kaputt geht. Aber ich verstehe nicht, warum Blizzard das nicht ändert. Ich meine, es ist so einfach, so eine Liste auszustellen. Einfach eine Liste, ja? Das ist viel besser als dieses Blätter, 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 Blätter. Klar, dieses Blättern sieht schon schick aus. Aber wenn man tausend von verschiedenen Karten hat, dann muss man immer blättern, bis man die richtige Karte gefunden hat. Und das ist blöd. Und er will schon blättern. Blätter, 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 Blätter. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen leise, jetzt komme ich ein bisschen laut vor. So ungefähr ein bisschen leise. Gigantotem. Ja. Äpisch. Ja. Golden und selten, ja. Da, 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 da. Auch so goldene. Zwei goldene. So, was haben wir hier? Selten. Beep, 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 beep. By the way, ich kann ja euch mal meinen zweiten Account zeigen. Ich habe ja einen zweiten Account, und zwar, äh, da, 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 wo habe ich denn? Hier, nee, warte, Kevin, Kevin Bleier müsste der heißen. Das bin doch ich selber, ne? Warte mal kurz, letzter Gegner. Kevin Bleier, vor über einem Monat zuletzt online. Das kann nicht sein. Vor über einem Monat. Achso, wahrscheinlich geht nicht länger als über einem Monat, so. Weil mit meinem zweiten Account war ich zuletzt vor fünf Jahren online, so. Das ist ungefähr die Zeit, wo ich aktiv noch Hardzone gespielt habe. Da habe ich mich quasi mal selber herausgefordert und irgendeinen Scheiß gemacht, ja. So lief es damals ab, deswegen habe ich einen zweiten Account. Quasi mit, äh, Lernsuche, Joe, habe ich mir da alles, habe ich da so viel Mist gemacht. War recht amüsant. Oder mir irgendwelche Handkarten dupliziert oder sonst was. Halt so Experimente. Oh Mann, irgendwie habe ich mal Lust aufs Spielen. Ich meine, Opening können wir später noch machen. Okay, ich breche mal kurz ab, das Opening, äh, dann fangen wir mal an hier. Was haben wir denn da? Wir haben Modi. Was haben wir denn da? Kartenchaos, Duelle. In Beta. Arena. Ja, Arena kenne ich noch. Sohla-Abenteuer. Schauen wir mal an, was da ist. Der Arsch des Lichtskönigs, jetzt, wenn man das M weg macht, Arsch des Lichtskönigs. Okay, scheinbar gibt es hier alle Abenteuer. Von Axtramas. Von Axtramas bis hin zu dem neuesten scheinbar. Interessant. Und ich, und scheinbar kann man die sogar alle spielen, so. Kann es sein? Also wann habe ich ungefähr Schluss gemacht mit Harztaun? Ich glaube, das war, ich glaube, hier war das. Dr. Booms Geheimlabor, da habe ich ungefähr Schluss gemacht. Das heißt, diese Sachen hier sind neu für mich. Genau, hier Ruinen der Scherbenwelt, der große Kube. Rambazambas. Rastrakans Rambazamba. Hier habe ich ungefähr Schluss gemacht, ja. Die Troll-Arena. Heißt das, man muss hier trollen? Äh, keine Ahnung. Ich fordere den Abschluss eines normalen Kapitels. Der, oh, 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 oh. Ja, Gott. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit sowas, um ein bisschen warm zu werden. Wir fangen jetzt an mit der Troll-Arena. Dr. Booms, warte, da fehlt, da habe ich viel? Habe ich das nicht fertig gemacht, war ich das zu bequem? Schauen wir mal rein. Okay, hier habe ich scheinbar alle... Ah, wahrscheinlich habe ich hier nicht ganz fertig gemacht. Okay, okay. Oder ich habe es nicht geschafft, das kann auch sein. Weil ich zu blöd war. Ähm. Nun gut, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem hier. Ja, wobei, das ist so mittendrin. Fangen wir mit einem neuen an. Äh, Dr. Booms. Ne, machen wir mit Rambazambas Troll-Arena. Champions gesucht. Ich bin dabei. So, achso, das war ja so ein Modus, da könnte man seinen eigenen Stack, glaube ich, machen, ne? Hexlord Malakras, was ist das? Ja, das macht euch die Hölle heiß, dann macht er euch kalt. Achso, das ist der erste Gegner wahrscheinlich, ne? Ich habe keine Ahnung, ich bin komplett, wie gesagt, ich bin komplett raus, okay? Das ist unser vorangefertigter Stack. Wir spielen scheinbar Eis, 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 Eis. Valera. Fangen wir einfach mal an. Oh, ich muss mich wieder... Ich muss mich einfach mal warm spielen, so. So, dann schauen wir uns das mal an. Rekar gegen Malakras. Malakras. Wollt ihr die Flammen spüren? Ich kusche vor niemanden. Okay, die Karte kenne ich noch. Mischt zehn Karten von der Klasse eures Decks. Gegner sind euer Decks, sie kosten eins. Wow. Interessant. Finsterer Stoß, ich glaube, die brauchen wir jetzt noch nicht. So. Dann holen wir uns neue Karten. Okay. Ich glaube, das ist so eine Art Miracle Rogue, wenn ich mich erinnern kann. Ähm, Piratenmarkierung. Nachdem... Wie, das war's? Ich kann nichts machen, müsst ihr mich verarschen. Nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt, wird er erneut gewirkt auf dasselbe Ziel. Boah, das heißt, wenn wir das hier machen, kriegen wir zehn Karten oder was? Schauen wir mal rein. Okay, hier haben wir das Fahrrad. Ähm. Zauberschaden plus zwei, wenn sie verletzt ist. Ja, komm, spielen wir die mal raus, dass wir schon mal einen Typen draußen haben. Was macht denn der eigentlich? Ach, der hat nur Spott, der macht ja gar nichts. So. Bam. Ach, diesen Blutstumpf Reptor kenne ich noch. Das war so eine typische Standardkarte. So, ähm. Jetzt können wir quasi einen Dolch nehmen, den weghauen. Oder wir machen den hier. Warte. Ja, wenn er verletzt ist, ne? Ach, das ist nicht so geil. Ähm. Ich glaube, wir spielen mal Masse statt Klasse. Das heißt, ich spiele jetzt mal den hier aus. Dann können wir im nächsten Zug einen Dolchfächer machen. Und den hier wegklatschen, quasi, ne? So, der heißt Spott. Das heißt, wir müssen den, soweit ich weiß, wegkriegen, ne? Du musst den Diener mit Spott ausschalten. Genau. So, hä? Was ist das jetzt? Wird in drei Zügen wiederbelebt. Waaat? Okay. Nun gut. Oh nein, der Eber. Okay, der geht aufs Face. Hm. So, so. Okay, dann machen wir mal den Dolchfächer. Fechter, ja. Der Spell Damage erhöht quasi das auf zwei. Das heißt, den kriegen wir jetzt weg. Und dann die anderen aufs Gesicht. Warte, wieso wurde das jetzt zweimal gewirkt? Ach ja, wegen dem hier. Okay. Warte, das heißt, wir können jetzt mit der Münze theoretisch uns nochmal hier was holen. Na ja, gehen wir erstmal. Warte, jetzt können wir, glaube ich, gewinnen, ne? Weil das wird jetzt zweimal gecastet. Ah ja, okay. Ich hab das Spiel verstanden. Das ist doch schon mal gut. So, jetzt kriegen wir 13 von sowas hier. Ich hab keine Ahnung. Für was braucht man sowas? Ja, das ist 500 Siege. Hä, hatte ich das nicht vorher schon? Hatte ich doch... Ich hatte das doch schon vorher. Äh. Die Rückkehr des Helden, Teil 1. 500. Boah. Krass. Wie man hier zugeschüttet wird mit Belohnungen. Weil man länger nicht mehr gespielt hat, ja. Mit jedem Sieg in der Abwehr schließen sich mehr Kämpfer eurer Sache an. Wählt eure Belohnung aus. Okay. Äh. So, jetzt, äh. Die Rückkehr des Helden, Teil 2, verursacht 20 Schaden. 250 Gold. Okay. Was haben wir denn da? Wir haben hier einen Legendary Captain Grünhaut. Den kenne ich noch. Das ist so ein Pirat. Ja, der... Ja, der wird... Wurde oftmals im Piratendecks gespielt. Als Warrior, glaube ich. Todesröchern. Verleiht eurer Waffe plus 2 Angriff. Ja, das sind so... So... Waffenverbesserungskarten. Also, wenn wir mehr auf Waffenverbesserungen gehen wollen, dann wäre das, glaube ich, nicht schlecht. Da steht ja auch dran Waffen, ne. Dann Gold richtig. Ja, das wären zwei gefälschte Münzen. Allerdings, wenn wir die nachziehen und wir brauchen unbedingt einen Minion, dann ist das blöd, glaube ich. Deswegen lasse ich den, glaube ich, mal. Mirakulös ist doch ganz gut. Nehmen wir mal mirakulös. Je stärker ihr werdet, desto stärker werden auch eure Gegner. Macht's Sinn. Okay, dann machen wir hier weiter. Oh man, mein Spiel leckt immer zwischenzeitlich, wenn er die nächste Map lädt. Okay. Ein großer Moment. Ja. So, der ist gut, den lassen wir mal da. Der ist auch gut und der ist auch gut. Ich glaube, ich bin zufrieden. Ich kann nicht meckern. Alles klar. Was hat er denn da? Er hält am Ende eures Zuges Angriffs. Dementsprechend ist es Angriffs eures Helden. Hat sieben Leben. Die kann gefährlich werden, wenn er sehr viele Waffen, jetzt da, äh, raushaut. Ich meine, er hat hier Gestaltwandel. Das heißt, er kriegt pro Zug wahrscheinlich eins, wenn er hier seine Hero Power nutzt. Naja, hauen wir erstmal den hier raus. Meucheln hebe ich mir vielleicht noch auf. Falls etwas kommt, was mich überrascht. Warte, was ist überwältigen? Ein Bonus, wenn dieser Charakter in eurem Zug überschüssigen Schaden verursacht. Ah, ich kenne das aus, äh, ich kenne das aus Magic. Quasi, ne, wenn er den jetzt angreift, geht er quasi auf mein Face, glaube ich. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ähm, Zauberschaden plus zwei. Wenn er sich verletzt, ist das gut. Dann könnte man vielleicht hier... Wie viel Mana kostet? Der kostet null Mana. Klasse, weil sonst würde ich ihn vielleicht mit Headbutt auf die Hand zurückgeben. Naja, gut. So, den, äh, der geht mal aufs, äh, Face. Er hält fünf Angriff. Keine Ahnung. Okay, jetzt ist seine Heldenfähigkeit kostenlos. Jetzt kriegt er einen Schaden, glaube ich, ne? Am Ende des Zuges... Gronkhs Macht wird größer. Was Gronkhs Macht wird größer. So viel Abonnenten hat er jetzt gar nicht dazugekommen in letzter Zeit. Hä? Naja, mehr als ich, aber... So krass ist er... Ja gut, okay, vergessen wir es. Ähm... Also, dann nehmen wir mal den Kobold-Giomanten. Den ich nehmen Kerze. Den müssen wir irgendwie loswerden, weil der nervt auf Dauer. Ähm... Dann würde ich sagen, wir greifen jetzt mal mit dem... Ne, warte, wenn ich den mache, dann... Pass auf, wir machen uns jetzt folgendes. Wir greifen jetzt mit dem... Den hier an. So, jetzt hat der jetzt plus zwei Schauber-Schaden. Und jetzt können wir quasi mit dem Möcheln... Den hier... Weg... Achso, ja, stimmt, das... Wirkt er zweimal. Ihr vergesst es dauernd. Ach, der wird wiederbelebt. Och, Mann. Der wird wiederbelebt. Wie fies. Okay. Na gut. Warte, jetzt haben wir zwölf Schaden, ne? Der... Hm... Egal, komm. So, jetzt. Okay. Wenn er den angreift, kriegt er zwei Schaden, beziehungsweise eins, weil er Rüstung bekommen hat. Okay, gut. Passt schon. Wir haben noch sechs Karten übrig. Das gibt uns eine Karte nach. Beziehungsweise zwei Karten. Ah, das ist nice. Jetzt können wir hier... uns zwei Mana-Kristalle holen. Achso, nur für diesen Zug, oder was? Nur für diesen Zug. Verdammt, das war nicht so geil. Egal. Egal, der hat eh noch ein Leben. Wenn er jetzt keinen Sport hat, haben wir gewonnen. Gut, ja. Wir haben gewonnen. Bam. Er gönnt mir nix. Mein Geist ist frei. Yay. Verursacht 20 Schaden. 250 Gold. Nice. Da können wir gleich weitere Packs kaufen. Und wir gönnen uns Arena. In der Arena hilft niemand allein. Wählt einen Verbündeten. Okay, hier noch mit 200. Absorbiert ein Spiel. Wie ein Spiel. Ein Spiel. Egal. Wählt einen Mitstreiter. Was haben wir denn da? Immun Spielbeginn. Zieht eine Karte. Zieht diese Karte. Kleiner Plagegeist. Immun. Vor dem ersten Zug tritt ein Effekt in Kraft. Achso, den haben wir wahrscheinlich am Anfang. Wie viel Mana kostet der? Ich seh's grad nicht, weil meine Webcam im Weg ist. Moment, ich schieb die mal kurz woanders hin. Ich schieb sie mal nochmal hoch. Achso, drei kostet der. Okay, das heißt, wir können den quasi im dritten Zug spielen. Aber der hat halt nur ein Leben. Ich weiß nicht, ob sich das rentiert. Komm, wer erhaltet eine Kopie von jeder Karte, die ihr in diesem Zug ausgespielt habt, auf die Hand. Interessant. Also, gut für Möbelkirr, glaube ich. Was haben wir hier? Blindwütiger. Hau drauf. Füllt eure Seite des Schlagfelds mit zufälligen Piraten. Lustig. Der Effekt gefällt mir, aber die ist halt sehr teuer, ne? Und ich weiß nicht, ob die wirklich so viel Sinn macht. Naja, wir haben eher so ein Miracle Rogue-artiges. Ich glaube, der Papagei ist ganz gut. So. Was haben wir denn da? Klonkapsel. Kaltblütigkeit. Okay, das sind weitere Spells, aber wir brauchen, glaube ich, ein paar Minions. Der ist doch, glaube ich, gut. Hier ist ein Orakel, kriegen wir zwei Karten und der ist gut für Kombis. Und Schattenschritt ist auch ganz nice, um den wieder auf die Hand zu nehmen und das alles noch mitzumachen. Machen wir das mal so. Heldenfähigkeit ansehen. Stellt zwei Leben wieder her. Okay, so Priester quasi. Nun gut. Haue auf, Trommeln ein. Bam, 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 bam. Rekar gegen Talanji. Talanji. Ich werde kämpfen, wenn ich es. Und ich werde jumpieren. Ich kann das. Okay. Also, wir haben das Maskottchen auf der Hand. Den, glaube ich, brauchen wir für das Erste nicht. Der ist mir zu spät. Den lassen wir mal auf die Hand für den dritten Zug. So, ja. Ah, Sprinten. Ah, Sprinten ist nicht so geil. Okay, hier haben wir von Cleave. Was hat der denn? Eure Heileffekte fügen Feinden statt dessen Schaden zu. Ah, okay. Interessant. Das heißt, er kann jetzt quasi, wenn er zwei Mana hat, uns zwei Schaden immer zufügen. Quasi ein verbesserter Mage. Ja. Aber aktuell hat er nur ein Mana. Und jetzt hat er zwei Mana. Verdammt. Ähm. Wahrscheinlich würde er in seinem nächsten Zug hier den weghauen. Mit seiner Hero Power. Ähm. Oh, Entschuldigung. Ähm. Gehen wir mal aufs Face. Vielleicht hält er sich ja hoch. Vielleicht hängt die Karriere auch so. Er macht... Warte, was? Er hat seine Hero Power gerade auf null gemacht, aber er benutzt sie nicht. Warum? Warum? Egal. So, ähm. Jetzt können wir doch was machen. Pass auf. Den hier und dann wieder auf die Hand zurücknehmen. Das bringt ja auch nichts, ne? Wir wollen ja die noch als Kombi wieder benutzen. Ähm. Ich glaube, den machen wir erst mal weg. Wir könnten ja nichts. So. Er hält ein Leben, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Ist das permanent? Wenn ich den jetzt auf die Hand nehme, ist das dann permanent? Oder verliert er den Leben dann wieder? Egal. Äh, ich glaube, mein Gefühl sagt, ich soll warten. Also, gehen wir mal hier. Verleiht einem die, ne? Oh Mann, die kenne ich. Die kenne ich. Die ist, also sie. Jetzt kriegt man den kaum noch weg. Das ist nicht so geil. Jetzt müssen wir ein bisschen Damage draufhauen. Er hält eine Münze auf die Hand. Naja, ich weiß nicht, ob sich das rentiert. Äh, ja gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Warte, da gibt's doch Emojis, ne? Danke. Oh, unglaublich. Auch ich bin beeindruckt. Ich bin vom Fluglach. Haltet ihr euch zurück? Warum nutzt er seine Hero Power nicht? Verstehe ich nicht. Egal. So, jetzt können wir doch was machen. Irgendwas Interessantes. Vielleicht, die kenne ich noch. Lass mal kurz überlegen. Wir könnten jetzt extrem viel nachziehen, aber dann hätten wir fast kaum noch Deck übrig. Ich glaube, ich greife mal mit dem, den hier an. So, ich weiß nicht, ob es so klug war, aber ich ziehe jetzt einfach mal nach. Dass wir quasi unser ganzes Deck jetzt auf der Hand haben. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist. Ach, scheiße, man kann überziehen. Das habe ich ganz vergessen. Stimmt, wenn man mehr als zehn Karten hat, verbrennt man alle. Das habe ich total vergessen. Verdammt. Dann machen wir mal den hier. Dass wir quasi keine Karte mehr überziehen, so, ne? Deswegen habe ich das jetzt gemacht. Äh, ich mache jetzt mal nichts mehr. Schlau, Schauerkürbis. Noch einer. Ach, scheiße, jetzt haben wir die Münze auf der Hand und überziehen. Ich habe keine Karten mehr. Dolchfächer. Mist, die wäre jetzt gut gewesen. Schade, okay. Aber jetzt können wir wahrscheinlich einiges machen. Funkleaf mit extrem viel Dingen raushauen, ne? Also, fangen wir damit an. Jetzt haben wir acht. So, jetzt, geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt hauen wir den mal ordentlich zu Brei. Kann man den hier boosten? Der müsste eigentlich als Dienz hin, ne? Der hätte dann acht. So. Genau, der hat jetzt acht. Dana ist nächstes. Der nächste Streich. Wir spielen jetzt, äh, wir spielen jetzt, äh, lass mal kurz überlegen. So viele Möglichkeiten. Ähm, wir spielen jetzt, äh, mal... Den aus? Nee. Doch. Nee. Den da? So, dann machen wir mal hier Damage. Nee, Quatsch. Dann holen wir uns den wieder auf die Hand zurück. Genau, jetzt spielen wir den quasi... ...nochmal aus. Dann... ...finsterer Stoß. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Wollen wir uns die Karten wiederholen? Oder wollen wir uns einen super starken Van Cleave holen? Ich glaube, wir holen uns erstmal die Karten wieder, ne? Dann können wir im nächsten Zug das Ganze nochmal machen. Wenn nicht sogar in diesem Zug. ...nochmal. So. 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 Und jetzt kriegen wir hier zwei Münzen wieder. Jetzt könnten wir uns Van Cleave holen oder den hier machen und den besiegen, glaube ich, ne? Was ist lustiger? Äh, Van Cleave, ne? Ihr wollt's den Van Cleave sehen. Ich kenne euch doch. Also, komm. 24, ja. Ist angemessen. So, dann... ...machen wir den mal weg. Bam! Nice. Einfach ein 24er Van Cleave. Tja. Ich glaube, das reicht nicht. Autsch. Okay. So. Wie machen wir jetzt weiter? Wir haben sieben Mana. Ähm. Also. Ähm. Da? Vorbei. Das wird ja zweimal... Oh Gott. Oh Gott. That escalated. Nun eskaliert. Ei, ei, ei. Jetzt hat er 40. Äh, äh. So. So. Und halb tot. Jetzt ab. Bam. Ich glaube, ich kann's wieder. Ja. 200 Gold noch dazu. So muss es sein. Warum kann es doch nicht immer so sein? Ja. Dass man 200 Gold einfach so kriegt. Ich bin 200 Gold. Spät 5 Züge. Nun gut. Also was haben wir hier? Gold richtig. Boah. Das ist aus der Müllke Zeugs. Ne? Na ja. Die Münzen sind halt gut, weil man kriegt zwei Münzen. Er hält zwei Klingenbüten auf die Hand, die die, die jeden Schaden verursachen. Äh. Er hält. Ne. Er kommt immer mal das da. Gebe Autogramme. Okay, also wir haben jetzt hier schon eine schöne Kombi, mit der wir unsere Hand fluten können. Und seine Hand auch, ne? Es ist ein Risiko, weil er dadurch eben mehr Möglichkeiten hat. Aber wir haben natürlich auch dementsprechend mehr Möglichkeiten. Ich nehm's einfach mal. So. Die hauen wir weg. Oh. Der Akinator. Der Akinator. Genau. Der Goblin Akinator. Wer kennt ihn nicht? Ach so. Mist. Wir müssen erst mal drei Mana kriegen, dass wir den überhaupt spielen können. Ähm. Was hat denn der? Schrei. Nachdem ihr euer Mana überladen habt, erhaltet eure Diener einen Angriff pro gesperrten Mana-Kristall. Okay, das ist quasi jetzt da der Thrall. Gut, wir warten einfach mal. Wir haben 35. Alter, fehlt sich Leben. Ähm. Gut. Ne Waffe. Wir warten noch. Wir greifen jetzt nicht seinen Phase an, weil es bringt nicht so viel. Wichtig ist das, was auf dem Feld ist, ne? Wir müssen quasi... Ach, Überladung. Ach. Ja. Eklig. Gut. Jetzt haben wir das Fahrrad hier. Ähm. Ich bin dann überlegen. Ich glaube, wir ziehen erst mal. Uh. Gefälschte Münze. Nice. So. Dann holen wir uns das wieder auf die Hand zurück. Ich brauche Mana. 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 so was lutscher ja 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 wir können ruhig leben verlieren das ist nicht so schlimm so wichtig ist das was auf dem feld ist also dann würde ich sagen münzen so dann würde ich sagen ziehen noch eine münze dann würde ich sagen noch mal ziehen ne ne münze noch mal dann hätten wir sieben ich hätte gern den auf dem feld naja aber sprinten hätte man andererseits auch wir müssen irgendeinen starken ding rauskriegen irgend so einen starken typen von cleave natürlich ne ihr wollt alle den mann tief sehen ich merke schon wieder so jetzt haben wir sieben das ist glaube ich mit dem was anstellen kann sprinten dann hätte er wird mir wieder extrem überziehen ne dann holen wir uns warte verrat ist zu naja von cleave hat drei und spielen mit ne spielen wir erst mal den kleinen scheißer da aus genau der da dann hat der vier beziehungsweise macht er dann acht schaden so und jetzt war ein cleave noch stärker ich glaube nicht ne okay zwölf ist in ordnung das würde wahrscheinlich alles hier rein hauen schätze ich mal oder er haut alles face und ignoriert das was auf dem feld ist fügt er im gegner acht schaden zu hey so viel dazu euer schrein ist klebrig oh shit schrei 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 ähm ok justen wir haben ein kleines problem i guess ähm ein kleines problem ja das könnte schlimmer sein also ich glaube wir müssen ziehen acht karten nachziehen dann überziehen wir zwei ich glaube die hebe ich mir auf machen wir erstmal das da weg achja das wird zweimal gewirkt ich vergesse das immer tut mir leid ach das hätte man besser spielen können den hätte ich zuerst ausspielen sollen er hätte jetzt ein bisschen mehr leben aber naja naja es ist lange her seitdem ich hartson gespielt habe ich hoffe ihr könnt mir verzeihen ich habe die besten angebote weit und breit ok ähm also wollen wir ziehen ich glaube wir wollen ziehen ich habe die besten angebote weit und breit ah der kopfnuss ist gut röcheln ja ja der ist schon auf der hand brauchst du dich noch mal auf die hand zurückgeben hör auf mit dem mist einfach hier eigenen goblin akinator killen oh schon wieder so ein überladungs gedöns wenn sie verletzt ist ok ich würde sagen wir hauen jetzt mal den hier raus vielen dank dann der ist ja nicht verletzt ne das heißt meuchen würde nicht so stark verstärkt werden ähm aber wir könnten den theoretisch remove indem wir den dann rein kloppen den mal dann wenn wir den hier noch ausspielen dann kriegt man noch ne karte zusätzlich naja ich glaube das hebt wir uns noch auf ach Gott sprinten naja sprinten würde uns jetzt umbringen glaube ich ähm wir müssen langsam schauen dass wir seine so viele karten das ist gefährlich langsam hat mal kurz ich glaube ich muss mal in die offensive glaube ich gehen weil sonst gehen wir hier dauernd pass auf so jetzt hat er zwölf wir müssen mal ein bisschen gegen vorpreschen weil den muss er jetzt da glaube ich vermogen oder ich habe keine ahnung das ist ja nicht permanent ne kaltblütigkeit ist nur das permanent das ist permanent das heißt der muss hier quasi jetzt rein treten sonst geht er down ok überleben alle oder macht es mit dem mehr klar kann auch machen ich habe uns gehen langsam die möglichkeiten aus sprinten wird uns umbringen die karte sollte wir glaube ich nicht spielen also ich glaube ich spiele mal diese hier aus jetzt überziehen wir einmal mischt zehn karten von der klasse oder das gegner sind neuer deck die kosten 1 jawohl also kotter machen wir das mal beziehungsweise 20 karten ne scheiße aber überlebt man das überhaupt noch jetzt hat er lebt ja noch scheiße warum lebt er noch habe ich jetzt gar nicht auf dem schirm gehabt ah gott ne der hat auch sport ach gott jetzt erhaut er sich alles voll mit hier mit ja ja volle bordkontrolle ich merke schon er hält jedes mal einen angriff nachdem er ein elementar ausgespielt hat ja gut das bringt uns nichts wir müssen jetzt viel nachziehen weil die kosten glaube ich 1 ne also sprinten komm her gebt mir zeigt mir was ihr da habt verursacht zwei schaden der hat dann noch drei beziehungsweise 1 das wird zweimal gecastet okay wir müssen irgendwie ein damage töten erhaltet eine kopie von jeder karte die in diesen zug ausgespielt habe auf die hand schade dass wir nicht einmal am ernten dann hätte man gewonnen weil dann könnte man das spielen dann den dann hätte man das wieder auf der hand und dann hätte man gewonnen oder gibt es nicht irgendwas was irgendwie overloading hat ruft aller hier den windkorn herbei wenn ihr alle vier basis zutzt das haben wir nicht wie kommen wir jetzt aus dieser misere raus ruft ein ja der gode mit sport herbei ich glaube wir müssen uns irgendwie verteidigen dass wir im nächsten zug lava schock spielen können und dann hier gewinnen können also wir müssen jetzt quasi verteidigung verteidigen und überleben hat irgendjemand spot alakir hätte nee wir haben keine vier basis trotums das kann man vergessen entdeckt ein feuer frost oder natur zauber platziert eine versunkene schriftrolle zu unterst in eurem deck fügt einen diener friert einen gegner fügt ihm außerdem drei schaden zu verleiht eure waffe erhält dies immun während er angreift sie drei karten kosten drei weniger wenn ihr einen drachen auf der hand habt boah ich glaube mit hirnfrost können wir den elementaren aufhalten so sehen ah ja wird zweimal gecastet genau so also den kriegen wir jetzt weg mal sowieso für die schaden stehen ja ähm ruft eine kopie eines zufälligen dienens aus eurer hand herbei Das ist bloß die Frage, ob uns das was hilft Also, wir würden das Ne, der hat noch seine Waffe, ne Ich weiß nicht, ne, wir überleben das nicht Ich brauche diesen Spott-Typen Der hätte eins, glaube ich, ne Ruft ein Ja, der Goldem herbei Dann würde der mit seinem Zweier den Einser killen Dann hätte der zwei Fünf, sieben, würde uns genau killen Scheiße, ähm Wie können wir da jetzt herauskommen Aus dieser Petrolie Es juckt mein Ohr Ich nehme gerade auf, ne Mein Ohr hat gejuckt, entschuldige Wie kommen wir da jetzt raus Ich glaube, wir müssen den Lavashock benutzen Weil sonst überleben wir das nicht Ich glaube, wir müssen das Board cleanen Heureka, bringt uns nicht weiter Bergt eine Kader, was ist bergen? Schaut euch die drei untersten Und platziert eine ganz oben Bringt uns nicht so viel Ruft ein Ja, der Golde mit Spott-Typen Also, ich glaube, den brauchen wir auf jeden Fall Weil sonst sind wir weg So, der schützt uns jetzt quasi vor Einen seiner Geisterwölfe Tja Ich glaube, wir müssen Das hier jetzt benutzen Sonst gehen wir down Das ist blöd, dass wir ein Zauberschaden zu wenig haben Naja gut, es hilft nichts Dann hauen wir den jetzt weg Das geht nicht anders So Das müssten wir jetzt, glaube ich, überleben Knapp Aber ich weiß nicht, was er auf der Hand hat Oh, nee, nicht noch so eine Ach Gott Ja, jetzt spammt er sich voll mit Taunt-Minions Aber jetzt haben wir Aber jetzt haben wir sehr viele Möglichkeiten Aber was kann man damit machen Mit diesen Möglichkeiten Ähm Wir kommen nicht so richtig voran Der hat alle Ach Gott, ich hätte so gerne Massen-Silence Ich glaube, wir schaffen das nicht mehr Verringert die Kosten eines Gegners Auf einer Hand um einen Sehr gut Sehr gut Das bringt uns alles nichts Bringt alles nichts Wir haben keinen Spott Und um uns zu verteidigen Wir kriegen nur einen weg So ist was Oder fällt euch noch was ein? Ich glaube, mir fällt es persönlich nichts ein Ruf deine Kopie eines zufälligen Dieners herbei Ich überlege gerade, ob es irgendwelche Strategien gibt Mit der wir vielleicht noch gewinnen könnten Aber ich Ich sehe da keine Hoffnung, ehrlich gesagt Nee, ich glaube, das war's Erhalte deine Kopie Das bringt auch nichts Bringt alles nichts Ich glaube, das war's Ja Ihr kann nichts machen Mir fällt nichts ein Haben wir noch eine Chance Oder sind wir weg? Wir sind weg, okay Na gut Das ist so viel zur Troll Arena Schauen wir uns mal den größten Coop an So, schauen wir uns das hier mal an Schließt euch Raphams frisch gegründeter Schurkenliga Übel an Und helft die magische Stadt Dalaran Mit ihren reichen Schützen zu erobern Okay Irgend so eine Map quasi Wir müssen hier schon mal mit der 1 anfangen Back von Dalaran Du ablängst alle Wachen Wir schiebitzen alle Glitzerbeute Okay Wir haben eine illustre Crew aus entrechteten Bösewichten zusammengestellt Alle haben ihre eigenen Stärken Okay Magier Nehmen wir Priester Äh Priester? Warum geht Priester nicht? Ich bin was ihr ein kriminelles Element Scheinbar muss ich mit Magier anfangen Okay Rakan Nishu Der verschlagene Feuerelementar aus Torkwaggles Laterne Ah ja Welt eine Heldenfähigkeit Na gut Die ist klassisch Helles Köpfchen Die ist noch gesperrt Ne Ah Man muss Sachen freischalten Glaube ich Ne Okay Feuerschlag Geht nichts anderes Ihr beginnt mit einem relativ bescheidenen Deck Die anderen Karten Mössen wir uns erst noch besorgen Okay Eines Tages werde ich so mächtig sein wie hier Was hat er denn da? Verfolter Apfelbaum Zauberling Wasserelementare Verwandlung Sehr Brutenrabe Kenne ich nicht Entdeckt einen Magierdiener Aha Gut Die kenne ich Feenbrache kenne ich Der Haken Kiste Euer Gegner beginnt das Spiel mit einer Kiste voll Gold Was? Was? Wie? Was muss ich darunter verstehen? Egal Na gut Dann fangen wir mal an Ringe die Hände Verleumdene Helden Rackanischu Gegen Marai Gebt eure Schätze auf Und noch so ein langer Arbeitstag Der nächste Okay Also Den brauchen wir auf jeden Fall nicht Den glaube ich auch nicht Der ist eher so Ja frühes Midgame Der ist eher Midgame Den können wir auf der Hand lassen Lass uns mal so Warte Wieso kostet der 4? Hat der früher nicht noch 2 gekostet? Oder haben sie den genervt? Die haben den genervt Wahrscheinlich wegen Antonidas Das könnte echt sein Weil man da hatte man quasi so eine unendliche Kombi Die haben den echt gebufft um 2 Mana Was würde ein böse? Er genervt und 2 Mana teurer gemacht Alter Das tut weh Das tut dem Mage richtig weh Was hat denn der für eine Hielden Fähigkeit? Vertauscht die Karte ganz Ey Warte was Vertauscht die Karte ganz links auf der Hand Jedes Spiel ist mit einer Karte aus seinem Deck Hä? Warum? Das ist doch nervig Wer macht denn sowas? Was ist denn das? Jeder Spieler erhält 2 Münzen Ah ja Okay Hallo Feen Drache So jetzt dann Klau mir meine Verwandlung Ist in Ordnung Nee auf Bürokratie habe ich keinen Bock Tut mir leid Dass der 4 kostet Ey das schockiert mich Nun gut Dann Klatschen wir mal mit dem Flammengeysir Den hier weg Was hat denn der für ein Todesröcheln? Werft eine zufällige Karte ab Zieht eine Karte Ah ok So jetzt haben wir den Flammenelementar Durch diese Fähigkeit hier auf der Hand erhalten Ähm Und jetzt hauen wir mal die Kiste weg Oder hält man uns das auf? Ich glaube das hält man uns auf Weil dann benutzt er seine Münzen Und spielt irgendwas OPs aus Ja Während wir mit unseren 2 Münzen Ähnlich viel machen können Deswegen greife ich ihn mal direkt an Die ist echt unnötig die Fähigkeit Ja er killt sich sowieso selber So kommen wir dann Ja ich glaube wir haben gewonnen So Ah Okay Ja 500 Siege Habe ich vorher schon gehabt Dabei ist das gar kein Mage Das war nicht Jaina Das war jemand anders Gewinnt 500 Spieler Ja Achso Wahrscheinlich kriegt man die Karten Weil wir jetzt 500 Siege haben Jetzt Deswegen wurde es normal hier aktualisiert Glaube ich Keine Ahnung So was haben wir denn da Wundersame Weisheits Wundersamer Weisheitsball Gibt gelegentlich weise Ratschläge Was? Wählt einen Schatz Ja Ratschläge Äh Das sieht mir etwas lustig hier Ich glaube das ist irgend so ein Gag Ding Glaub ich Gebt euren Gegner zu Beginn des Spiels Zwei Exemplare von Verflucht Legt zu Beginn des Spiels eine zufällige Waffe an Verleiht ihr 1 plus 1 Boah Ich glaube ich nehme das dabei Ich bin neugierig was das eigentlich ist So Von wegen kleineres Übel Unsere Organisation wird mit jedem Sieg mächtiger Und mit der Beute Die dabei rausspringt Könnt ihr euer Deck aufpolieren Ja Ja Ein bisschen Randomness Schadet ja nicht ne Ja komm Nimm mal Zugkraft Randomness Ich liebe Randomness Je weiter wir vordrängen Desto starker werden die Beschützer der Stadt Ich empfehle euch Es mit den Regeln nicht so genau zu nehmen Okay Jetzt bin ich gespannt was diese Karte kann Weil Wahrscheinlich ist es irgend so was Unnötiges Wahrscheinlich totaler Bullshit Ja Aber egal Ich mag so viele Sachen Ein Karussell Gebt eure Schätze auf Wieso kostet der 4 Der ist so unnötig jetzt 3 wäre schon heftig Aber 4 ist Macht die Karte komplett kaputt So Gibt gelegentlich weiße Ratschläge Also komm Gib mir einen Ratschlag Wahrscheinlich geht es jetzt grad nix Deswegen kommt es auch keine Ratschlag Okay Warte was macht das Lässt alle Diener am Ende eures Zuges Eine Runde ums Schlachtfeld drehen Am Ende eures Zuges Okay Das heißt ich muss jetzt aufpassen Wie ich meine Leute formiere Also das müssten sie ja quasi Den Platz tauschen Achso das ist nur wahrscheinlich Während seines Zuges Egal So gib mir Danke Okay 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 Jetzt haben wir hier zwei Münzen Ähm Entschuldigung Ich muss mich räuspern So Ähm Wir könnten jetzt mal Einen starken Typen raus Laber nicht Ich muss nachdenken Also Würde sagen Ich äh Spiele Scheiße das kriegt ihr ja alles ne Ähm Den klatsche ich mal weg So ich habe jetzt Ich sag nicht nachgedacht Den Spiele Um andere zu schützen Weil das geht ja alles dann rüber So jetzt kriegt ihr den Im nächsten Zug Schätze ich mal Ne Genau So reicht das für Lidl Ja das reicht für Lidl Okay Aber das war ja super mit seinen Ratschlägen Ja hat es wirklich sehr viel gebracht So das sind so die großen Dinger hier Total Feuerlande Warte das Hat das auch Früher hat sieben gekostet Ich weiß es gar nicht Ruf da am Ende Eures Zuges einen zufälligen Diener bei Der 6 kostet Ist es permanent? Der kostet halt 10 ne Ich glaube So weit kommt man glaube ich gar nicht Das sind alles so teure Leute Außer das hier Technologie Aber Technologie bringt glaube ich nicht so viel Ähm Kohlreiterin Naja Ich weiß nicht Inspiriert Verleiht euren anderen Dienern eins Das ist eher so Näh Mäh Ist alles nicht so geil So mit Mechs will ich gar nicht anfangen Weil wenn ich das hier nehme Dann will ich die ganze Zeit Mechs nehmen Ähm Ich glaube ich nehme das Dann haben wir zwar ein paar Übertriebene Fettsäcke in unserem Deck Die wir nicht ausspielen können Aber Ich weiß nicht Vielleicht kommen wir ja doch ins Late Game Ist besser als nichts Vielleicht für später Wenn wir mehr Karten drin haben Lassen wir uns überraschen Geht eure Schätze auf Okay Also Die kostet 6 Die brauchen wir auf jeden Fall nicht Die brauchen wir auch nicht Dann behalten wir den Feendrache Feendrache ist ganz schön gut Also würde ich sagen So standardmäßig Passt doch Jetzt haben wir hier 1,1,2 Perfekt Wartet Ich passe die Kosten an für euch Äh was Okay Dann mach mal Äh Was hat er jetzt gemacht Alter Nee oder Warum Warum machst du den teurer Der kostet jetzt nur Alter Willst du mich verarschen Danke für diesen tollen Ratschlag Du Arsch Ach Warum macht der Ey Ich wusste dass das irgend so ein Scheiß ist Ich hab's gewusst Ich hab's gewusst Blizzard Dankeschön Jetzt kostet der 9 Was habt ihr getan Danke für diesen tollen Ratschlag Ey Scheiße Das friert ein Feind an Warum Jetzt hab ich keine Lust mehr Und der kostet 4 Alter Ich kann nur den Feendrachen ausspielen Früher konnte ich den hier ausspielen Und den Naja wobei der hat 3 gekostet Was ganz besonderes Nur für euch Mein bezauberndes Publikum Er haltet einen zufälligen Kartentrick auf die Hand Was für ein Kartentrick Äh Keine Ahnung Äh Er hält jedes Mal ein Sein So wenn er ein Geheimnis ausgespielt wird Ich sehe kein Geheimnis Von daher So den machen wir mit der Heldenfähigkeit dem nächsten Zug weg Und der kann glaube ich die Kiste sprengen Und der kann glaube ich die Kiste sprengen Dass wir schon mal die 2 Dinger da haben Achso er kriegt auch Dann hätte ich es vielleicht nicht machen sollen Weil jetzt hat der viele Möglichkeiten was Großes zu spielen Okay ist egal Arcade Explosion ist in Ordnung Warum spielt der Arcade Explosion um ihn eh dann wegzutraden Was Ey die Die KI Ey von diesem Spiel Entdeckt einen Zauber der maximal 3 kostet Ja komm Machen wir mal So was haben wir denn da Äh Er verursacht 2 Schaden Entdeckt einen Zauber Ja das hört sich doch gut an So dann spielen wir jetzt mal Den aus Ja das tut mir echt in der Seele weh Dass der so teuer geworden ist Und beenden mal So die andere Münze Heben uns auf Okay der könnte gefährlich werden Weil Ja ihr seht das jetzt Nein Oh Gott Ja Aber ich glaube den kriegen wir jetzt weg oder Kriegen wir den weg Naja wir könnten den einfrieren Einfrieren Damagen und im nächsten zu killen So machen wir das mal Da Also was ist das hier Also das ist 2 Schaden verursachen Ist in Ordnung Das ist ein großartiger Zauber Den sollten wir gleich nochmal wirken Was Oh Polroblast Ne will ich jetzt nicht so 10 Schaden Ja Dann hätte ich aber noch 8 ne Ja Dann müssen wir aber noch 5 Züge warten Beziehungsweise 4 Züge Wenn wir das hier wollen Oder 8 Ach komm Ich nehme den jetzt einfach Ja genau Maximon des Chaos That's That's the clue Vernichte deinen Diener Ruf 2 Diener Äh We want you Ja genau Diese Karte ist unfair Ach super Naja Verursacht 5 Schaden Okay Gut Jetzt hatte ich hier einen Metabomber Äh Verursacht 5 Schaden So Auf Rekruten habe ich keine Lust Was ist das Er hält Angriff Na ein Angriff Nachdem er ein befreundeter Diener Angegriffen hat Haha Äh Jut dann Äh Klatschen wir mal den weg Oder den weg Ich glaube der ist besser So Jetzt hält der Angriff oder Ne Achso Und Diener muss er angreifen So Jetzt hält der Angriff Genau Haha Ich hab's verstanden Wird wieder Wird wieder Warum Warum machst du sowas Er hat seinen eigenen Warte Der hatte doch jetzt nicht ernsthaft Hatte gerade seinen super starken Ding In einen Frosch verwandelt Warum Ey Diese KI ist super Ja Ähm So der Frosch nervt Gut Dann machen wir mal Randomness Und zwar Damit Entdeckt Entdeckt zwei Drachen Ruft sie herbei Handelbar Was heißt handelbar Was heißt handelbar Zieht diese Karte zu eurem Deck Und verbraucht ein Mana Um eine neue Karte zu ziehen Zieht diese Karte zu eurem Deck Und verbraucht ein Und verbraucht einem Okay 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 Hibben wir uns für den nächsten Zug mal auf Ich bin gespannt Was die Noch so alles macht So Also der ist gedamaged Den Hagen wir mal schnell hoch Und dann hier Meine Damen und Herren Lasst euch von meinen einzigartigen Fingerartigkeiten begeistern Was ihr braucht So was nimmst du Verwandelt ein Diener in ein Schaf Ach ja Die Karte kenne ich noch So jetzt Drachenfeuer Amulett Oh was haben wir denn da Drachenkönigin Alex Draser Die Karte kenne ich nicht Malygos der Sturmwinkel Die Karte kenne ich auch nicht Knochen Karte kenne ich Ähm Zieht Zauber bis eure Hand voll ist Ist aber ein Kampfschrei Das heißt es wird nicht aktiviert Oder wird es aktiviert Ich habe keine Ahnung Wer zwei zufällige andere Drachen auf der Hand Wenn euer Deck keine Drachen mehr Facher hält Sie kosten Null Der hat 412 Ja gut Malygos Der normale Malygos Hat auch 412 Na komm holen wir uns die hier Alter die Karte ist ja richtig stark Einfach so zwei Drachen for free Und alter Ja komm Todesschwinge So Und den nächsten Zug haben wir geworden Ich meine Drachenpower Warte das ist doch eine Parodie auf Hey was hast du getan Ja gut wir haben gewonnen Aber ich will mit dem Pyroblast killen So Äh Piep Und die spiele ich jetzt rein aus Protest So So Checker 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 Wissen ist Macht Und ich weiß ganz schön viel Ich bin ein Meister der Magie Okay und jetzt ein Pyroblast ins Gesicht Bam Kamehameh Das war mein Letzter Trick So jetzt Goldene Kerze Sportkampfschrei Ersetzt alle anderen Karten Durch zufällige legendäre Diener Das wird unser Deck total obsolid machen Äh mischt 5 zufällige Schätze in euer Deck Was ist ein Schatz Keine Ahnung Steht eine Handkarte des Gegners Nachdem dieser Teamer den gegnerischen Helden angegriffen hat Haha ich mag solche Sachen Äh ja Alles lustige Karten Ähm Welche ist die beste Ich glaub die ist lustig Nimm mal die da Die ist auch nicht so teuer So Oh Ragnaros Ja Feuer Äh Was ist denn hier ziemlich gut Also lass mal überlegen Wir haben ja recht schwere Brocken hier Äh Hier sind auch schwere Brocken Technologie will ich gar nicht gehen Eure Heldenfähigkeit verursacht einen mehr Könnte nützlich sein Ah Gott Ich hätte halt gern so ne Übersicht Wie viel Wie so die Kurve ist Gut wir haben hier sehr viele Einser und Zweier Vielleicht können wir doch ein paar schwere Brocken reingehen Nehmen Na komm Ragnaros und Barongaddon Bob der Braumeister Ne oder Bob der Braumeister Verändert euer Abenteuer Deck für diesen Beutezug Diener austauschen Werte anpassen Ihr habt die Wahl Neue Gäste sind hier immer willkommen Hereinspaziert Okay Entfernt ihn aus euer Abenteuer Deck Warum Verleiht einem befreundeten Diener 2-2 Hält einen feindlichen Diener und fügt ihm euren Abenteuer Deck hinzu Boah Keltusat Boah Achso ich kann zwei Achso ich kann hier alles machen Achso kann ich alles machen oder muss ich alles machen Also Bob der Braumeister Trinke zukünftiges Raubopfer Bei mir ist jeder willkommen Solange er keinen Ärger macht Wow Ich bin Feuer und Blomme Bei mir ist jeder willkommen Solange er keinen Ärger macht Ich will Öl ins Feuer gießen Bei mir ist jeder willkommen Solange er keinen Ärger Okay der sagt immer das gleiche oder Hallo erwärmliches sterbliches Wesen Bei mir ist jeder willkommen Ich beleidige ihn die ganze Zeit Und der sagt Bei mir ist jeder willkommen Solange er keinen Ärger macht Klasse Bei mir ist jeder willkommen Solange er keinen Ärger macht Was hat denn da Ruft zwei zufällige Diener herbei Die fünf Kosten Wählt geheim einen aus Der stirbt wenn er Schaden erleidet Und hier zauber Ja gut zauber der linken Für vier Ähm ok Also wählt einfach den Diener aus Nimm mal Katie Oh schön Ihr habt einen neuen Freund gefunden Yay Verleiht einen befreundeten Diener Plus zwei zwei Ja aber ist doch klar Warte was haben wir da Ruft am Ende Oder ist die Na komm nimm mal den da So und jetzt müssen wir einen weg Tun müssen wir das Oder können wir Können wir oder müssen wir Ne passt Beehrt uns bald wieder Ok Der nächste ist Taler Steinzorn Eure Karten und Heldenfähigkeiten Mit Wähle aus Gewähren beide Effekte What Unfair Natur 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 den haben auf der hand super jetzt wird dann fleißig geklaut und macht den ist bloß nicht teuer ich warne dich weh du machst den teuer ich schlag dich zusammen jetzt ruhe ich schon einem spiel mit gewalt das ist unfair katie bringt mir nix nein nein nicht nicht den auf drei danke jetzt wird's lustig jetzt wird geklaut entdeckt ein magierdiener ne kommen wir nehmen oder ne doch wir brauchen minions wir brauchen wir brauchen minions kommen brandelementar zieht eine karte wenn ihr im letzten zug ein elementar ausgespielt habt ja raktor ist beispielsweise ein elementar entschuldigung für den kopf wollte ich ja meine riese kostet 1 wenige für die karte die in diesem spiel zu rauz gespielt habt die nichts zu spielbeginn in eurem deck war ok ne komm brandelementar so dann den da mischt fünf schriftrollen in euer deck wirft einen zufälligen zauber wenn sie gezogen werden also die müssen wir das ausspielen verwandelt alle gegner in schafe alle dienen schafe massenverwandlung ja super wenn euer gegner einen diener ausspielt kontert ihr ihn die ist zu teuer wir haben so viele fette brocken ich glaube wir brauchen ein bisschen low budget karten deck der wunder 14 karten das wäre eine eskalation eine kleine dann kommen machen wir es mal so jetzt glauben uns eine karte von ihm wir haben maloren bekommen geil einfach so mal angeklaut was warum hast du den gekillt ich hätte den ist aber okay ich will mich beschweren ich beschwere mich nicht vielleicht ein bisschen gut nee wir brauchen minions draußen den da also was haben wir denn da entdeckt einen zauber einer zufälligen klasse er kostet 1 wenige erhaltet ein ja gut ferngeist hier auf der hand wenn ihr im letzten zug einen elementar ausgespielt hat für jeden charakter der von diesem gegner verletzt würde ein ich glaube die ist gut was okay danke hallo wird es sogar zu bergen das war die geschichte von sugar er war er war eine maschine eine sinnlose maschine die einfach keinen sinn erfüllt hatte er außer dass die andere leute einfriert aber eines tages hat sich diese maschine gedacht nein ich will nicht länger länger andere leute einfrieren ich möchte irgendwann mal ganz groß rauskommen und dann wurde diese maschine lebendig sie hat angefangen sich wie ein mensch zu verhalten und auf einmal hat sich diese maschine angefangen wie ein mensch äußerlich zu verändern und dann wurde diese maschine zu verrieren könig okay jetzt wird es albern karte klauen mondfeuer jetzt hat er einen spott der getarnt ist aber ich kann an dem vorbeilaufen zieht bei 1 2 bis 3 karten erst mal deck der wunder aktivieren so ich hoffe da kommt kein scheiß bell aus der alle karten irgendwie zerstört oder sowas karten klauen das klingt doch gut hallo curry schnauze Warte mal kurz, wir können das hier entfernen. So, ich gehe voll auf Bordkontrolle. Achso, er hat auch zwei Münzen. Verdammt, jetzt könnten wir ihn Münzen anklauen. Warte, drei? Was kriegt man denn für drei Dinge raus? Ein Feendrachen. Na ja, machen wir nur einen. So. Okay, jetzt ist ein Spotttyp aktiv, aber es ist nicht so schlimm. So, jetzt ab. Boah! Geil. Und jetzt ist den hier nachgezogen. Danke. Danke. Endlich habe ich auch mal Glück. Okay, die bringt nichts. Warte, was hat seine Hero-Ding... Wartet, lasst mich den nochmal auf ein zufälliges Ziel wirken. Äh, ja, ist okay. Fängt zwar nichts, aber... Okay. So. Na toll, eine Münze. Ja gut, besser als nichts. Nein, warum spiele ich die aus? Ich habe doch nichts mehr. Verliert ein Mana-Kristall. Ja, komm. Bordkontrolle! Ich weiß, ich könnte jetzt Face gehen. Aber Bordkontrolle ist wichtig. So. Jetzt kennt man... Warte, was passiert jetzt? Boah! Boah! Geil, danke. Warte. Warte, 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 warte. Wenn ich den jetzt loskriege, Katie auf dem Feld ist, habe ich zwei super starke von denen. Okay. 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 Der wird von dem gekillt. Der wird... Oh. Ja, warte, ich habe, glaube ich, eh schon gewonnen, ne? Egal! Mundfeuer! Gib mir all deine Karten. So. Ach so, der hat... Ach Gott, der hat... Nö. Ja gut, jetzt muss ich es beenden. Aber vorher spiele ich noch seinen eigenen Minion aus. Warte, wieso hat er zwölf? Wieso hat er zwölf? Egal. Ich bin zurückgekehrt. Und dann... Bäm. So, es läuft doch. Ach, mach echt Laune. Also, ich habe es echt vergessen, wie ich Spaß habe, ich machen kann. Äh, Geheimnisse, Eisblock, Eisburg. Eisblock, ich weiß nicht. Eisblock ist so tanky. Tanki will ich eigentlich nicht sein. Äh, Sneeze, alter Schredder. Miermidon... Miermidonskopf. Nö. Ne, ich will nicht damit anfangen. Ich will diese Scheiß nicht mit... Und das ist, glaube ich, zwei Tiefenlicht-Orakel. Ich weiß nicht. Äh, da möchte ich doch lieber die Eisblock hier nehmen. Aber, äh... Miermidon, die ich hier nehme. Miermidon, das wäre ja auch schon. Hm, Sneeze ist okay. Die ist ein Zweier... Ja, gut, Zweier haben wir glaube ich schon einige. Ich weiß nicht. Äh, Eisblock, Eisblock... Eisblock... nicht so viel orakelst mir zu krass ja komm scheiß drauf egal kommt das krieg mal schön die ok die zwei sind natürlich viel zu teuer die legen wir weg das kann der eigentlich ok 40 leben er haltet jedes mal eine münze auf die hand wenn ihr schaden erleidet das könnte ein problem werden aber andererseits kann man dadurch seine hand voll fluten und dann würde er immer overdrawn das wäre auch eine möglichkeit so strategie strategisch gesehen so feendrache ok wenn ihr schaden erleidet das heißt wenn ich ihn angreife kriegt er eine münze quasi so funktioniert glaube ich ich könnte ihn jetzt voll sparen mit münzen und dann hier mit dem orakel wäre ne idee warte ok der kriegt jetzt hier ach warte warte wenn ich ihn jetzt münzen gebe ich glaube ich spiele den da warte wenn ich den jetzt angreife wenn in diesem zug ein zauber gewirkt habt ok scheiße klar die münze zählt als ein zauber hat er macht es nicht ok ich liebe gold es besteht natürlich die gefahr dass ich die münze ziehe wenn ich jetzt mit dem ihn angreife soll ich safe spielen und den hier erst mal weghauen oder ich könnte mit dem feendrachen den wegklauen oder ich greife ihn mehrmals an da hat er schon mal ich glaube das mache ich pass auf da hat der acht so jetzt hier hat der neun so jetzt ach so ich kann ihn nicht auswählen ja stimmt dann scheiße jetzt die zwei ach gott dann verbrennt er nur eine mit einem vollen den wir mischt eine kopie davon ich如果你 back hat Hhhhh also was machst du da warst denn exklauen ich klaue was du bist ein clown nein so erhalte einen zufälligen marke zauber ja komm das kann man auch noch raushauen oder nee das hätten wir uns mit diesen dann auf genau falls es dazu kommt dass der überlebt er hat noch ein elementar verbrannt jetzt hause seine ganzen münzen wahrscheinlich aus ja das ist so eine gefahr also der hat überlebt gut so wir könnten jetzt dem ist auf jeden fall entfernen dann können wir noch versuchen den haben wir den weg jetzt hat der zwei ok das bringt uns nicht sehr viel das bringt uns nichts eigentlich gar nichts so jetzt verzichte ich mal darauf ihn direkt anzugreifen um ihn was zu klauen sondern ich greife den jetzt einfach mal ich vergesse es dauernd so sorry wurde gerade unterbrochen also zurück im text also jetzt bin ich komplett raus also den wir mal der hat vier schaden aber er kann nicht angreifen solange er keine münze hat acht wenn wir jetzt angreifen über der aus der elementar ist gut nein jetzt haben wir eine münze bekommen ach gott ich habe falsch angegriffen das ist das bescheuert egal er wird voll gespammt ich habe die besten alle oh 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 nein oh gott tu das nicht du weißt nicht was du da machst halt nein stopp genug gehandelt es ist sonntag an sonntagen wird nicht gehandelt oh gott wie viel karten hat denn der noch ich sehe es gerade nicht ich schiebe es mal wieder rüber die web cam wie viel karten hast du noch sieben ok also was hat er denn da ruft einen tresor mit spot herbei sicherheitssystem aha baron gedo alter ich glaube den lasse ich jetzt auf dem feld soll er doch ziehen wie er will warte ich sollte jetzt nicht so viel weg holen weil ich kriege im nächsten zu katie aufs feld ach scheiße wieso haben wir nicht ein mana mehr egal ich flute jetzt das feld einfach voll äh fügt einen eingefrorenen diener drei schaden zu das bringt nichts na komm ich flute das feld jetzt voll und wenn er mich angreift ich meine wir haben so viel leben das überstehen wir schon ich glaube das sicherheitssystem ne komm ich lass das jetzt so okay so jetzt könnte man mit katie einiges los werden ne baron geddon ist glaube ich besser ich glaube wir holen uns geddon aufs feld was hat denn da entdeckt einen zauber der maximal drei kostet wo brauche ich die denn her äh fügt allen diener ach super der nächste elementar den wir in diesem zucker ausspielen kostet zwei weniger fügt einem feind den diener zwei schaden zu und friert ihn ein wartet lasst mich den noch mal auf ein zufälliges ziel wirken so also der das geht ja jetzt alles hier weg ne genau so er hat noch fünf karten lasst mich das für euch aufbewahren so jetzt haben wir katie und geddon auf dem feld so jetzt haben wir katie und geddon auf dem feld gut der greift jetzt mal den hier an oder ne den da fügt einen zufälligen diener schaden zu jawohl ok ok was haben wir geschenkt kranken richter und der akarnitschnitter hei 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 da hat es doodle gehabt das kinder katie alter sexfasional face ne ok also gott dann remove wir mal den da ach wir kriegen rekruten das ist ja lustig ach scheiße aber geddon wird die killen ach gott geddon was machst du ich werde husten und husten ruft einen zuge seinen zufälligen diener bei ok so der kill den geddon killt jetzt alle anderen außer denen da und er ist sich selbst natürlich so er hat noch vier karten da und ja jetzt zieht er sein ganzes deck weg oder ich weiß nicht ob das so schlau ist ich glaube den lasse ich leben ne oder doch nein wie viele karten haben wir noch neun ok was haben wir denn da bekommen eifriger schüler ok na komm ich will das mit stil gewinnen wir haben jetzt schon gewonnen aber wenn wir schon gewinnen dann mit stil so geddon du eskaliert mir zu viel so jetzt bist du ein schaf was haben wir hier was haben wir hier tja jetzt können wir eigentlich nur noch das Feld remove und da haben wir gewonnen dann wie kann ein schaf angreifen so jetzt hast du nix mehr ja er macht nix mehr oder vielleicht doch oh gott alle ziele werden zufällig ausgewählt ja gut alle ziele werden zufällig ausgewählt ja gut alle ziele werden zufällig ausgewählt das heißt wirst swagnorose so äh ja so wollte ich das nicht beenden aber ok gut jetzt haben wir einen schatz äh eure diener kostet ein weniger gebt euren gegner zu beginn des spiels zwei exemplare von verflucht bringt nicht allzu viel eure diener die fünf oder mehr kosten kosten 5 wie viel haben wir denn 1 nee 1 2 3 4 5 ich glaube wir machen das da eure diener kosten ein weniger dann können wir richtig schön fluten so was haben wir denn da geheimnisse ich weiß nicht ich werde es hinzahlen äh hier haben wir den unglücksraben und fette brocken ähm naja unsere minions kosten ja alle weniger ne das heißt entdeckt ein diener der sechs kostet ruft zwei kopien davon ruft einen zufälligen diener bei der so viel kostet wie ihr karten auf der hand habt das heißt nehmen wir mal das da kommen oh nein da ist schon wieder bob der baumeister gut also wir haben zwei mögliche ja gut wir können eigentlich alles hier nehmen ja fügt eine feindliche diener eurem abenteuer deck hinzu sie haltet 1 1 in diesen beutezug sylvanas interessant mügt am ende fügt am ende unser zug ist ein zauber den ihr auf diesen ziel gewirkt habt zufällige zielauswahl das ist eher so komplett random er hat drei äh kopien von arcane geschossen auf der hand naja äh ich glaube wir holen uns sylvanas fügt alle feindlichen diener eurem abenteuer deck hinzu alle alle ist sogar noch besser ja gut wählt einen befreundeten diener aus entfernt ihn welchen warum würde ich sowas machen füllt das wirtshaus mit neuen dienern nö ich bin schon damit zufrieden ehrlich gesagt ähm kommt in mein deck jetzt habe ich sehr viele schwere brocken drin so dann entfernt ihn wählt aus vier zaubern in eurem abenteuer ein aus und entfernt ihn wählt aus vier zaubern in eurem deck ein aus und verringert seine kosten schauen wir uns das mal an verringert seine kosten ja klar nehmen wir dann die das her ne so ja es kostet sie vier statt sieben ist doch auch ganz nett so dann äh können wir noch schauen ob wir irgendwelchen trash haben den wir nicht brauchen wie ihr karten auf der hand habt äh ich glaube den haue ich weg für euch ist jetzt sperrstunde ich glaube das war's jetzt können wir hier noch spaßes halber grübel nehmen ist das korak der blutrünstige ruft korak erneut dabei wenn ihr in diesen wenn dieser diener nicht durch einen ehrenhaften sieg vernichtet wurde das ehrenhafte sieg ein bonus wenn dieser charakter in eurem zug exakt tödlichen schaden verursacht okay jawoll chaos ist geil es ist ja auch kartenchaos ne ne kartenchaos ist was anderes ja ja komm ähm also wir haben noch ein paar vor uns zwei drei glaube ich ne ok der hat 50 leben jedes mal wenn ein verstorbener diener herbeigerufen wird er hält er einen angriff ach gott das wird eklig glaube ich kann sein dass wir verlieren weil das wirkt recht offensiv sein deck und ich weiß nicht ob wir mittel haben uns vor sowas zu verteidigen naja wenn wir verlieren dann verlieren wir halt da geht es weiter mit dem nächsten abenteuer wir machen jetzt quasi alle abenteuer durch so grob anspielen ok der kommt auf jeden fall weg die anderen können wir eigentlich ja ich glaube wir brauchen nach bei brauchen wir den ja ja komm nehmen wir den mal was solls ok ja kann man machen kann man machen jetzt können wir den quasi ein bisschen aufboosten richtig die kosten weniger habe ich vergessen seht ihr wie ich was für ein krasses gedächtnis es habe ich vergesse einfach alles sofort wieder so was kriegt denn alter payoblast super klasse naja gut wir haben 40 leben wir können einiges tanken ne 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 den hebe ich mir auf den hebe ich mir auf erstmal münzen ich glaube dann können wir den hoch buffen aber dann besteht die chance dass er ja den kann ich auch im nächsten zug noch killen sofern er den nicht weg tradet ne ok er hat den weg getradet alles klar ähm aber wir können ja achso ja jetzt ist er weg jetzt bringt uns das alles nichts mehr der hat 3 1 hm äh ich würde sagen wir machen jetzt mal nichts oder aber naja schaden kann man immer machen solange es die pfeile nicht durchlässt ja das macht nichts wenn wir schaden kriegen wir können uns hier wieder hoch heilen wir haben hier zwei leute die können uns ganz easy ne so der ist gefährlich den muss man weghauen und dann können wir uns die 3 leben wieder her holen gut ok er hat den weg getradet interessant ok also den kriegen wir jetzt mit dem hier weg dann spielen wir mal den hier aus ich bin auch vorsichtig die truhe noch nicht zu zerstören weil es kann sein dass er dann was großes rausspielt wobei wir könnten dann im nächsten zu gerade noch was spielen ne hehehehe so was ist das der sieht aus wie a long irgendwie aus one piece jedes mal wenn die seit den angreif ziehen beide spieler karten bis sie 3 haben ok ähm dann spüren wir es ragnaros aus ich hoffe der trifft nicht sein gesicht aber das wäre nicht so geil weil dann wäre ragnaros schnell wieder weg vom feld ähm oder sylvanas haben die sylvanas gebufft 6 6 hat sie denn nicht 5 5 hm nja ich will ragnaros nicht verlieren wisst ihr das ist das problem ja der ist noch störend der hier äh ich weiß nicht äh das war doch sylvanas ne der wird einfach weg getradet zack wobei sylvanas hat 6 ne der wird weg getradet dann bringt mir sylvanas effektiv nix ach komm naja vielleicht hätte ich den murloc zuerst spielen sollen so jetzt müssen wir den nur um eins reduzieren dann ist er wieder gebalanced ja so wie es auch ursprünglich mal geplant war äh er haltet für diesen er haltet für jeden zauber den in diesen zufälligen marke zauber ah dann haben wir den noch gleich hinterher sauerza wirkt alle geheimnisse in eurem deck eh einmal ins spiel ah hat was gletschermysterien ok jetzt wird es langsam gefährlich weil er langsam viele verstohlene raushaut ok aber ich glaube das kriegt man alles weg entdeckt einen magierdiener näh er haltet kopien von arkane geschosse näh also der haut den erstmal weg dann können wir jetzt noch Moment ich muss noch überlegen ragnaros oder ist ragnaros so verspielt halt halt die schnauze also der haut jetzt den hier weg das ist klar ich verzichte glaube ich aufs weg noch raus der sylvanus kann den weg hauen so dann können wir noch den hier raushauen im ersten zog verstohlen eure helden fähigkeit betrifft auch benachbarte diener entdeckt einen zauber nachdem ihr ein geheimnis ausgespielt habt ja gut geheimnisse bringt alle geheimnisse ins spiel könnte man gut kombinieren ich weiß aber nicht ob das funktioniert weil man spielt die ja nicht sondern die werden ja quasi auf einen gewirkt oder kann zauber kosten ein weniger wieso hat er hier wieso hat er jetzt auch so einen rumstehen hä oder war der vorher schon ich habe keine ahnung ich habe nicht aufgepasst warte wieso darf ich jetzt nochmal okay dankeschön sehr freundlich von dir dann würde ich sagen tun mal den baum hier ernten sylvanus geht direkt drauf also sie geht nicht direkt drauf sondern sie geht direkt auf ihn ja nein nicht das was ihr schon wieder denkt alter leute seid nicht so pervers ja das war's hä warte bringt alle geheimnisse in eurem deck ach ich hätte lesen müssen in eurem deck ich dachte allgemein so dass er alle geheimnisse jetzt auch ja gut okay dann hätte ich weihnachtsbaum ja okay ich habe 8 mana verschwendet okay das gibt leben so wir können uns jetzt einen von den beiden hier holen die will ich natürlich nicht haben so was kriegen wir rechts oder links links okay füllt zwei ne nagerkarte keine ahnung ist jetzt weg noches zeit ich glaube schon ja komm und den da und den da so den da bitte nein nicht das ouch ein schneemann alles super okay nun gut ähm dann als nächstes könnten wir jetzt hier einfach mal so tun als ob der nicht da wäre genau ach sport super sport ist super nein ich glaube den hätte ich vorher spielen sollen egal so jetzt äh 13 14 ok vernichtet einen eingefrorenen diener verringert die kosten von zaubern in eurem deck um eins waa geil nice ja ragnaros ist ein guter konter gegen diese verstohlenen gegner hu 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 jetzt jetzt drücken wir mal richtig drauf hier so jetzt sind die ganzen karten günstiger warte wieso ist der nachdem mein freund hinter dem gestorben ist er halt ein kapitel von auf der hand ja gleich weg damit sowas wollen wir hier nicht haben das war das falsche ziel wer bist du ach du bist es okay äh ja egal ist nicht so schlimm na 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 Okay, besser als nichts, ne? Ähm, der wird auf jeden Fall entfernt. Äh, jetzt könnte man voll auf Safety gehen. Ich glaube, wir hätten, glaube ich, gewinnen können. Einfach Face, oder? Egal, komm. Ja, ich glaube, wir hätten gewinnen können. Habe ich jetzt nicht genau aufgepasst. Äh, was ist das kolossal? Gaia, der Tech-Tornische. Fügt allen Feinden einen Schaden zu, nachdem er ein Befreundeter mich angegriffen hat. Fügt einen Diener und zwei Schaden zu, nachdem er ein Geheimnis ausgespielt hat. Ich habe keine Geheimnisse. Verursacht drei Schaden, der zufällig auf alle Feinde verteilt wird. Nachdem er einen mich... Na super, bringt mir alles nichts. Nehmen wir mal den nach. Ja, ist nice. Haha. Hey, oh Gott. Der europäische Alarm ist gleich. Na, doch nicht. Und wir haben gewonnen. Also, ich würde sagen, Pyro Blast und... Ähm... Also, klopfen wir zuerst an. Hallo! 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 Ja, warte, wir reduzieren es jetzt auf eins. Hallo! Hame, 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 Hame! Gut. Also, was haben wir denn da? Beschwörung. Beschwörung haben wir schon zu viel. Erzmagier Antonidas. Ja! Ja! Ich glaube, das macht mich hier an. Ja! Warte, wirkt sauber, die nicht so... Zeitkrümmung. Öffnen das Portal. Ja, das ist auch interessant. Das ist interessant und das ist interessant. Äh... Puh... Ich glaube, das ist da. Dann haben wir mehr Flexibilität. So. Zwei Gegner haben wir noch. Okay. Also, wir haben kein Minion auf der Hand. Das ist schlecht. Was hat denn der für eine Fähigkeit? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt da nicht drauf geschaut. Den können wir behalten. Den können wir auch behalten. So. Das wird eh alles reduziert, glaube ich, ne? Nein, die Minions werden reduziert. So. Was hat der für eine Fähigkeit? Verlebt allen Diener auf eurer Hand. 1,1. What? Oh, shit. Der hat 70 Leben. Fügt er in Diener viel Schaden zu. Überschüssige Schaden trifft bei den Nachbarn. Drei Mana. Was hat denn der für eine Fähigkeit? Zieht eine Kalle, wenn dieser Diener mindestens zwei Angriff hat. Er hat mindestens zwei Angriff. Das ist nicht fair. Ruft jedes Mal ein Wäldling, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Boah, das ist alles. Das ist alles nicht fair. Oh, hier, weg damit. Jetzt hat er nur einen Drachen. Warte, was ist das? Hey. Oh Gott, nein. Das wird immer schlimmer. Oh Gott. Oh Gott, jetzt kommt ein Zehner gleich raus. Ne Zielertapel mit 2, 4. Ja, genau. Du bist ja auch lustig. Hey, das war aber nett. Dankeschön. Mann, ich habe so viel Müll auf der Hand. Naja, wer kann mich nicht angreifen? Ah, noch einer. Oh Gott, das wird immer schlimmer. Oh Gott, oh Gott. Bissige Truhe, ja. Was ist das? Senkt den Angriff dieses Dieners zu Beginn eures Zuges auf 4. Setzt. Achso, setzt. Ich habe Senkt gelesen. Ja, Senkt wäre schön. Wirkt am Ende eures Zuges ein Zauber, den ihr auf dieses Ziel gewirkt habt. Ja gut, dann machen wir erstmal hier Freezing und so weiter. Erstmal hier so drauf. Dann, äh, äh, fügt allen feindlichen Diener einen Schaden zu, behaltet Kopien. Das bringt alles nix. Wenn euer Diener ein, äh, Gegner ein, naja komm, mach mal hier. So, dann, dann, fähren wir mal diese Vogelsträuche hier. Die kann eine Schatztruhe, beziehungsweise zwei Truhen angreifen. Scheiße. Ach Gott. Jetzt werde ich von Truden besiegt. Ja, ein, äh, das ist jetzt purer Humor. Ein fucking... Schneewaschler. Mit zwei Schaden. Ja. Ne, ja. Einfach mal ja. Es gibt so Tage, an denen muss ich einfach nur ja sagen. Einfach weil nix... Nix klappt. So, aber jetzt können wir hier schön nachziehen. Er hat kaum Hand. Also sehr... Ach, schön, danke. Danke. Ja, danke. Das hilft uns enorm. Super, klasse. Ich liebe dich. Abgesehen von vorhin. Ähm. Jetzt kriegt man doch einiges weg hier. Also, machen wir erstmal... Nein, das war die falsche. Das war die falsche Karte. Hauen wir erstmal diesen... Ding da weg. So. Dann... Irgendwie brauche ich den nicht mehr so richtig, ne? Den, äh, warte, Glühfüchen könnte man so wenig. So, jetzt. Gut. Booste deine Minions noch weiter aus. Ist in Ordnung. Ich verwandele alles in ein Schaf, was mich nervt. Fügt eurem Helden fünf Schaden zu. Hä? Warum würdest du sowas... Ja gut, die hat zwei, zwei. Aber trotzdem. Fünf Schaden. Ich glaube, die ist nicht so geil. Hey. Ach Gott. Es ist aber gierig. Oh nein. Jetzt... Wisst ihr, was jetzt das Problem ist? Jetzt hat er so viele Karten. Und die werden jetzt alle geboostet. Oh Gott. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Erstmal klauen. Wählt einen Diener. Zieht jedes Mal... Okay, die kenne ich. Ähm. Äh. Wie sieht es aus mit Katie? Warte. Du willst Karten ziehen? Ne, ne, ne. Lass mal lieber. Lass mal lieber. Mach jetzt keinen Scheiß. Erhaltet für jeden Zauber, den ich in diesem Zug gewirkt habe. Einen zufälligen Magierzauber auf der Hand. Ja gut. Dann würde ich sagen... Äh. Jeder Spieler zieht zwei Karten. Mhm. Du willst Karten ziehen? Bitteschön. Da hast du Karten. Eine Hand voll. Und hier hast du noch mehr Karten. Kannst du alle buffen, wenn du willst. Mir egal. So, hier. Sag mal hier. Verursacht zwei Schaden. Ja, ist egal. Hier. Nix mit deinen Münzen. So. Bam. Das war's. Das war's, genau. Scheiße. Eine Münze verspendet. Wobei, jetzt ziehe ich eh alles nach. Ja. Ja, komm, hau alles raus. Ist in Ordnung. Wir müssen ihn langsam runterziehen, weil sonst verlieren wir. Weil wir nicht genug Material haben. Ähm. Also, was nervt mich? Das nervt mich. So. Dann. Was nervt mich noch? Das nervt mich. Das nervt mich. Das Problem ist, ich hab diese Karte hier. Das heißt, auf Dauer werde ich verlieren. Alter. Ja, ich glaub, das war... Ich glaub, das war nicht so geil. Ich muss meine Waffe irgendwie ermoven. Ach, shit. Ich hab... Ich glaub, ich verliere das jetzt. Ähm. Ach, Katie, komm. So, ähm. Äh. Okay. Oh Gott, ich hab zu viel gezogen. Ich hab zu viel gezogen. Jetzt verlieren wir. Jetzt remove the Katie. Oder auch nicht. Jetzt geht er voll aufs Gesicht. Ja, ja, ja. Das sieht nicht so geil aus jetzt. Ja, jetzt hatte ich gehofft, ich krieg irgendwie ein Minion, der mir eine Waffe gibt, dass die hier weg ist. Aber ich krieg's scheinbar nicht. Warte, die haben ein Windzorn. Eifer. Kann sofort Dina angreifen. Ach, geil. Aber das Problem ist, das bringt nix, ne? Oh, das ist gottes scharf. Oh, das ist scharf. Äh, ja. Gut, jetzt haben wir Bordkontrolle, aber wir kriegen jetzt extrem viel Schaden. Oder auch nicht. Wow, der rettet mir immer den Hintern. Das ist echt schön. Krass, jetzt gehen wir mal vielleicht sogar. Einfach, weil der uns jetzt den Arsch gerettet hat. Der hat nur noch eine Karte übrig. Wow. Ja gut, dann... Kein Get Down, okay. Scheiße, ich sollte nicht so viel nachziehen. Er zieht eine Karte. Nein! Autsch. Hm. Schaffen wir das? Spannung. Reicht es aus? Ja, hat doch gereicht. Oh, das war knapp. Ohne den Typen hätten wir verloren. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich dachte erst, das wäre ein Gag-Typ. Scheinbar war der ganz gut. Vernichtet alle Diener, wird zu Beginn eures nächsten Zuges erneut ausgewählt. Erhaltet drei zufällige Karten auf der Hand. Sie kosten null. Wählt ein Kaboom-Bot in das Seck des Gegners. Wenn er gezogen wird, verursacht er 50 Schaden. Boah. Ah. Okay. So, einen Gegner haben wir noch vor uns. Ich glaube, ein bisschen Eis wäre nicht schlecht. So, der letzte. Der letzte Gegner. Ach, die Heizung ist so schön warm. Die Heizung ist so schön warm. Die Heizung ist so schön warm. Die, die, ne, spiele ich nicht mehr. So, ähm. Also, wie viel Leben hat der? Wichtigste Frage. Weil wer in der 50 Schaden kriegt, ne? 80. Okay. Wir haben 50. Ja, ja, stimmt. Ich vergaß. Ja, ich vergaß. Ja, das mache ich hier so. Erst tue ich hier so die Heizung anfassen, ja. Was man missverstehen kann mit einem gewissen Geste, die viele während der NS-Zeit benutzt haben. Und dann sage ich, ich vergaß. Also, es wird immer besser und besser, ja. Das sind meine Let's Plays, wisst ihr. Ach, ähm. So, was hat denn der für eine Fähigkeit? Ruft einen. Ruft einen Diener aus dem Deck des Gegners herbei. Gebt ihn zurück. Wenn er stirbt. Okay. Das könnte gefährlich werden. Ja gut, er hat nur 25 Karten. Wenn wir ihn auf 50 reduzieren und dann die Bombe explodiert, haben wir gewonnen. Ähm. Erhaltet für jeden Zauber, der ist einen zufälligen Maggezauber auf der Hand. Das heißt, wir sollten vielleicht jetzt einen Spell machen und dann vielleicht den hier weg traden. Oder wir hauen erstmal den weg und warten. Ich glaube, wir warten. Ach, ich krieg's ja auf die Hand. Ach, wie nett. Tue. Äh, die Tue. Ich warte noch, bis ich die Tue sprengen. Ey. Jetzt vielleicht nämlich aber. Ich mach dir erstmal hier ausrasten. So, entdeckt man mal einen Zauber. Und zwar... Entdeckt zwei Zauber, die maximal drei Kosten verzauscht ihre Kosten. Äh, fügt einem Diener und seinen Benachbarten. Zieht drei Karten, werft dabei alle gezogenen Zauber ab. Nee, Karten ziehen ist nicht so. Äh, euer nächster Feuerzauber in diesem Zug kostet zwei weniger. Fügt einen Diener... Verbraucht euer gesamtes Mane, fügt einem Diener ebenso viel Schaden zu. Euer nächster Feuerzauber in diesem Zug kostet... Na, komm, mach, muss mal so. So, dann... Fügt einem Diener und seine Benachbarten. Also quasi so, ne? Ich will nur Spells casten, weil... Wegen dem hier, deswegen, äh... Mache ich hier grad so einen komischen Zug. So, jetzt können wir doch das platzen lassen. Erstmal den hier wegklatschen. Dann... Ist der da? Warte, haben die den ge... Nee, der wurde nicht gebufft, nein. So, jetzt können wir hier das da, das da, das da. Boah, jetzt kriegt man so viele Spells danach. Warte, was macht der? Stellt drei Leben wieder her. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Der hat jetzt acht. So, ja. Ja, läuft doch. Zug drei und schon so viel Zeug draußen. Oh Gott, nicht der. Ja, Münzen, Münzen, jetzt kommt was Großes. Oder auch nicht. Behält alle Verzauberungen, Todesreucheln, was? Oha, hey! Klingenwirbel. So, so. Entdeckt einen Magier-Diener. Was entdeckt man denn da? Diener von Jogsaron. Wirkt einen zufälligen Zauber, der maximal fünf kostet. Pyrrhos. Lässt diesen Diener auf eure Hand zurückkehren. Boah, die ist super. Pyrrhos ist echt geil. Zufällige Karten sind immer gut. Besonders, wenn sie legendär sind. Ey, Alter. Warte, was? Hat der gerade den in den verwandelt? Warte. Der hat gerade Pyrrhos in Allah verwandelt. Allah. Ja, und ich meine, beides sind Phönixe, ist klar, ne? Macht schon Sinn. Hat schon was, ja. So, der muss weg. Warte mal kurz. Der ist. Gesicht, Gesicht, Gesicht. So. Neuer Glitzer. Ah ja, seine Waffe ist schon wieder. Okay, also Antoni, das kriegt man ein bisschen zu graus, aber wir haben keine Spells, leider. Außer dieses eine hier. Die, warte, ruft eine Asche von Allah herbei, die diesen Diener, die diesen Diener in eurem nächsten... Ach so, okay, wie quasi so ein Ei, wo er quasi dann wieder zum Leben erwacht. Wie so ein Phönix halt so ist, ne? Warte, was hat denn der für einen Deathrattle? Ach so, den kriege ich dann auf meine Hand. Jetzt auch. So, ja, jetzt können wir hier den noch einfrieren. Ne, jetzt hätten wir uns auf. So, soll er mich doch angreifen mit seiner Einser-Waffe. So, wenn er jetzt seine Bombe zieht, haben wir gewonnen. Ja, jetzt hat er 50 Leben. Wir könnten ihn zu seinem Glück zwingen, oder wir spielen safe und hauen auch Antoni das raus. Bevor er unsere Sachen klaut. Nein, fliegen kann ich den nicht. So, jetzt hat er. Oh ja, zieh Karten ist in Ordnung. Haben wir jetzt gewonnen. Bombe, Bombe. Oder warte, ich glaube, ich muss die Bombe ziehen, kann das sein? Ja, ich muss die Bombe ziehen, so sieht's aus. Warte, was macht denn der jetzt da? Äh, wo kommt der her? Egal. Äh, okay. Ähm. Also, jede Menge Zeug. So, ja, genau, ich nehme zurück. Dann, das ist eine richtige Spam-Karte. Naja, wenn ich den jetzt kill, habe ich zwar das Ei, aber dann killt er dieses Ei. Ähm. Ziehen will ich eigentlich nicht, weil der so viel Zeug hat. Na, komm. So, jetzt habe ich den. Oh, das ist nur der Apfelbaum. Seine Waffe wird immer stärker, das macht mir langsam Angst. So, gut, ähm. Jetzt könnte man... Da, 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 da. Äh. Swagnaros könnte man holen. Der Apfelbaum ist so nervig gerade. Ähm. König Togwagel, immer noch hässlicher als wie Baby-Togwagel. Ich glaube, ich ziehe nach. Okay, der Wasserelementare ist gut. Baron Gerdon ist auch okay. Hauen wir mal Baron Gerdon raus. Wir finden zwar unseren Murloc, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. So, jetzt sind dann die alle hier weg. Der nicht. Der auch nicht, aber das ist eh egal. Den lassen wir noch verborgen. Ah, Lebensentzug. Gut, fies. Gut. Jetzt lebt er hier. Wieder. Gut, wir könnten Gerdon rausholen. Der würde sehr viel removen. Ja, Gerdon ist auf jeden Fall gut. Dann. Dass der, dass der Entführer dann weg ist. Gut. Ach, der Lichtkönig. Der hat einen Lichtkönig auf der Hand. Eiskalt. Ja, zieh ruhig. Bald hast du nichts mehr. Gut, Gerdon remove die sowieso. Ähm. Von daher kann ich einfach stur aufs Face gehen. Ich sollte aber zuerst noch was ausspielen. Nehmen wir mal das da. Äh, okay. Wir brauchen Damage. Also. Das da ist Damage. Ach, wir kriegen den zweimal. Stimmt ja. So. Ähm. Dann. Entdecken wir mal einen Zauber. Er hält einen Keks auf die Hand, der zwei Mana-Kristall wieder auffüllt. Ah. Und ein Keks. Jam. Gut, aber ich habe nur einen gebraucht, ne. So, was hat er da? Phantom-Freibäuter-Rin. Okay. Scheiße, warum hab ich den gespielt? Der wird doch jetzt gekillt. Egal. Was soll's. Das sieht gut aus. Ja, ja. Mach ruhig. So, ich denke, wir haben gewonnen. Das ist qualifiziert. So, ich denke, wir haben einen Keks auf die Hand, der wir haben, um zu sehen, was es sonst in der Stadt zu tun gibt. Okay. Oh, neue Heldenfähigkeit. Verringert die Kosten einer zufälligen Karte auf eure Hand um zwei. Ah ja, und so kann man quasi seinen Helden wahrscheinlich immer weiter verbessern. Puh. Und geht's jetzt hier weiter? Hier geht's tatsächlich weiter. Freischalten. Ah, wahrscheinlich muss man da Echtgeld zahlen, nehme ich mal an, oder? Ja, genau. Aber wir haben ja hier ein paar Münzen bekommen, ne. Theoretisch können wir uns das freischalten hier. Was ist denn das für eine Währung? Was ist denn das? Runensteine. Runensteine können für Packungen, Pakete, Pässe, Zugänge, kosmetische Gegenstände. Okay, das ist neu. Das kenne ich nicht. Okay. Nun gut. Das brauche ich jetzt allerdings nicht. Ja. Ich denke mal, das sollte fürs Erste gewesen sein mit diesem Abenteuer. Ja, also ich denke mal, man kann da noch seine gewisse Zeit damit verbringen. Jetzt gehen wir mal weiter mit dem nächsten Abenteuer. Buch der Helden. Wir haben hier 100 Sachen. Wie 100 Sachen. Ich nehme mal Anduin. Was ist denn das für einer? Was haben wir denn da? Phelen. Illidan. Garrosh. Anduin. Jaina. Ja, gut, Jaina kennt man. Uta. Malfurion. Gul'dan. Valera. Nehmen wir mal Anduin. So, also. Nun gut, dann fangen wir mal an. Also, was haben wir denn für, ja gut, Standardzeugs, ne? Oh, ein Einhorn. Oh, das ist ein Einhorn und ein Ross. Ähm, okay, fangen wir mal an. Lerne Legenden. Hinterfrage Historiker. Uh, gleich gegen Varian persönlich. Ach, spielt das so eine Art Story? Das ist ja cool. Das ist echt cool. So ein Story-Modus quasi, ne? Also, mir ist die World of Warcraft-Geschichte nicht so gängig, aber ich weiß, dass die irgendwie miteinander was zu tun haben. Es gibt viele große Kriege in unserer Familie. Auch du wirst einer sein. Der kühlere, jede Regel hat eine Ausnahme. Der kühlere Kopf wird siegen. Wir können später reden, Anduin. Nix da. Wow. Wir können später reden, Anduin. Danke. Gut spielt. Grüße. Okay. Mehr sagt er nichts. Okay, gut. Zauberschub. Zeit für ein bisschen Magie. Entdeckt einen Zauber in einer zufälligen Klasse. Na gut. Lasst einen zufälligen Feind den Diener auf die Hand zurückkehren. Oh Mann, das macht ja diese Fähigkeit ein bisschen schwach. Zauberschub. Was ist Zauberschub? Ein Einleger-Effekt, nach dem ihr in Zauber gewirkt habt. Okay. Äh. Ja gut. Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Äh. Da. Ah, ich muss mit Zauber holen. Okay. Okay. Ich muss mit Zauber holen wir uns mal das da. Möglichst geringe Mana kosten, dass wir die auch schnell buffen können. Voila. Streng dich mehr an. Oh. Ja gut, dann. Das ist ein Schwert, Anduin. Es ist dir bestimmt eins zu tragen. Nö. Warum ist es dann so schwer? Jetzt werde ich ein echter Ritter. Da, da, da. So, was nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir mal, keine Ahnung, das da. Prep. Das ist ja quasi was haben für diese Zauberschub-Dingens da. So, hier ist mein Schwert. Du willst ein Schwert? Da hast du ein Schwert. So. Verleiht einem Diener zwei, drei und Lebensentzug. Okay. So, pass auf. Hier, ich spüre meine Stärke auf Ploppen. Scheiße, es kostet eins. Ich habe nicht gerechnet. Ich bin so blöd. Hey, ich bin so blöd, ich habe Prep verschwendet. Mist. Ich war nicht bereit für das. Ähm. Gut. Ich will nicht, dass der stirbt, von daher. So. Ähm. So, das hätte ich vielleicht noch. Ich hätte das vielleicht noch vorher spielen sollen, aber egal. So. Was für ein Krieger könnte ich schon sein? Ah, da gibt es viele Möglichkeiten. Waffen, Furor, Schutz. Das habe ich nicht gemeint. Ich dulde keine Ungerechten. Bäm. Meine Klinge wird immer stärker. Autsch. Hält ein Leben für jeden Zauber auf eurer Hand. Ähm, na. Ich glaube, ich bastel mir jetzt einen super starken Typen. Typen. Ähm. Der muss weg. Der geht mir auf die Nerven. So. Dann. Der hält ja Leben, ne. Der hat aktuell einmal zwei Spells. Das heißt, der hätte drei, drei. Ähm. Nicht so überragend. Der genau, der hat auch drei, drei. Ähm. Machen wir mal so. So. Gut. Im nächsten Zug machen wir die beide stark einen von den beiden. Je nachdem. Wer überlebt. Also der da quasi, ne. Konzentrier dich. Okay. Dann halt keinen von denen. Tut beleid. Dann halt erst wann anderes mal. Warte, wie gesagt. Ist mein Gott jetzt fünf stark. Egal. So. Äh. Äh. Nachdem euer. Verursacht viel Schaden. Verursacht viel Schaden. Wenn euer Erläge hält. weg mit dem scheiß wieso hat der ne axt das ist ein fucking könig und der hat der axt steht auch dran ihr seht es ist nicht aber könig was macht ein könig mit der holzverlags egal wie aufs gesicht ja ja komm alles ins gesicht ja ja so ruft einen knapp mehr weil ja das sind alles so ritterkarten pass auf wenn ein gefreundeter diener stirbt zwingt er ihn nachdem er wird er leben und nächstes haben wir sowas hier so dann holen wir uns mal verleiht ein diener auf eurer hand nachdem ihr held angegriffen hat ja dies hört sich doch gut an so und wer wird gebufft der wird gebufft der ritter der silbernen hand jawohl so gefällt mir das so und jetzt wie viele spells haben wir jetzt auf die hand 234 das heißt jetzt 34 aber sowieso auf die hand zurück geschlagen 85 hat er habe ich ins bell übersehen naja ich habe viel space hey naja muss er doch nichts mehr haben damit dass er mir auf den sack gehen kann weg mit dem mist so jetzt hatte 6 6 ja aber wird mir sowieso wieder auf die hand zurückgegeben da seht ihr aber der lebt noch vorausgesetzt er greift ja natürlich der mit seiner scheiß fähigkeit gott da machen wir das eben noch mal so jetzt haue ich dir mal auf die schnauze ja jetzt hat er seine ganzen wachs verloren so jetzt bin ich sauer ständig gibt er mir meine scheiße auf die hand zurück jetzt reicht's wer jetzt bin ich mütend hat zu patschu 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 egal das war's wert denn jetzt wenn er meine leben reduziert 6 schaden ok egal wenn ich noch mit so einem tödlichen stoß ziehe dann müsste das glaube ich gewesen sein oder hat wie viel waffen hat der bitteschön gott so jetzt hier also 4 4 naja dann hätte er noch ein leben übrig ich weiß nicht ob ich den nächsten angriff überstehe von ihm ich glaube ich mache es einfach so na scheiße da ist aber ein sportviech drauf ähm ja gut dann machen wir es halt anders dann machen wir es halt einfach so bam halt mich hoch und das auch nimm man noch just for fun jetzt wird der video wieder auf die hand zurückgegeben jaja die fähigkeit ist nervig so jetzt haben wir gewonnen wir haben zwölf leben das heißt und jetzt hier noch bäaam das wäre wohl am besten wenn du mit jemand anderem trainierst vielleicht können die zwerge dir zeigen was ich nicht konnte ihre stärke ist legendär okay ich dachte mit könig magnis hilfe würde ich ein mächtiger krieger werden stattdessen wurde ich einer der wenigen zeugen seines tragischen verlust als seine entfremdete tochter moira kam um den thron zu beanspruchen wusste ich dass mein vater den krieg erklären würde das konnte ich nicht zulassen ich wandte mich an meine freundin jana die immer für mich da war indem du sie jetzt bekämpfst aber das ist cool anscheinend hat jeder dieser helden so eine art story was machst du hier bitte wir müssen meinen vater davon abhalten moira anzugreifen am besten hältst du dich da raus genau jetzt kommen lauter leute her was haben wir denn da Schütze von Eisenschmiede Superhirn aber scheinbar kann man hier sein deck gar nicht upgraden sondern es ist einfach so ein story modus quasi entdeckt zwei zauber einer zufälligen klasse er kennt sie nicht so wie ich sie wird zuhören bist du dir da sicher verwandelt einen feindlichen diener in eine kreatur ok ja dann schauen wir uns das mal an ok im nächsten zuge erst ja zwei zauber fügt einem diener zwei schaden zu stepper im helden zwei leben wieder her nochmal schaden schaden ist always gut so wenn nichts vorangeht oh der hat eine coole karten rücken dingens da ach was soll das denn ich dachte du machst jetzt sowas hier ähm das war's oben äh roben des schutzes was eure diener haben kann nicht als ziel von zaubern oder heldenfähigkeit gewählt werden ich verstehe dich ja aber zwergen politik ist einfach der kopf wird siegen können wir das nicht hinter uns lassen und ein tässchen tee trinken nein können wir nicht angriff so aha jetzt sind wir immun gegen seine irre fähigkeit so kann sein dass sie ein spiegelbild gesetzt hat das heißt wenn ich es dann wenn ich ein minion ausspiele dass das dann kopiert wird probieren wir es mal so können wir es nein kein spiegelbild was könnte es denn sonst sein ähm ah ja da ist was wa ok damit habe ich nicht gerechnet ich kenne diese fähigkeit gar nicht flammenfalle was soll das sein ich dachte ich kenne alle geheimnisse na gut es kamen es kamen seitdem ich das letzte mal gespielt habe ein paar geheimnisse dazu das sollte ich vielleicht sollte ich vielleicht äh nicht vergessen aber sie will doch nur frieden dann ist das kein besonders guter anfang das sag ich ja sie braucht unseren rat so weg mit diesem vierer schatten okay dann halt nicht weg mit diesem doch so bam äh fügt dann naja da ist diese fallen falle schon wieder fügt allen feinde diener vier schaden zu fügt einem diener fünf schaden zu äh wenn ein diener euren helden angreift wird der vernichtete dann ja komm hier eine ist schon sind das alles secrets entdeckt einen zauber nein du hast diese fähigkeit noch gar ein einziges mal benutzt setzt du doch mal ein ich bin neugierig drauf ich habe ein riesiges gewehr ja ich habe auch ein riesiges gewehr aber nicht in meiner hand ach manchmal schon okay äh thema wechsel äh ja ein flamestrike genau die habe ich auch vergessen dass die karte gibt so jetzt sag mal hallo fettsack bam da zittert die erde äh okay ein elementar ruft eine kopie dieses gegners aber wenn ihr den nächsten zugang okay hat sie nicht äh den können wir einfach mit sowas hier remove warte vier warte dann halt dann halt das da und das da die hätte ich eigentlich schon vorher benutzen sollen naja alter zwei fucking riesen verringert die kosten eurer handkarten am ende des zuges um eins ja so jetzt muss ich irgendwie einen von diesen riesen entfernen sonst krieg ich ein problem äh habe ich irgendwas ich könnte mit so einem warte mal kurz fügt einem diener jawoll zerschmettern gut und jetzt das da der kostet zwei weniger aber das reicht nicht fügt einem diener vier schaden zu überschüssiger schaden ne am liebsten hätte ich jetzt die sie gespielt aber die kostet vier würde die drei kosten würde es funktionieren dann müsste ich allerdings acht schaden taken naja naja das würde wahrscheinlich den zerstören ja ok oder mit einem feuerball kann man auch machen klar warum auch nicht ähm dann machen wir es halt so und dann so gut dann holen wir unser riesiges gewehr wieder raus geladen und entsichert oder auch nicht ne das ist der andere der andere mit dem kleineren gewehr ach was sag ich was mach ich da eigentlich äh vergisst das vergisst was ich alles hier sage das ist alles meine genialität ist unvertraut ja und wahrscheinlich hätte sie noch früher spielen sollen ist alles egal ja jetzt sagt jetzt wird es aber jetzt wird es langsam nicht mehr so lustig ihr haltet einen knappen auf der hand hey klappe knappe so was haben wir denn da setzt das leben alle diener auf eins jawoll zwingt einen gegner seinen kollegen anzugreifen äh puh weiß ich es nicht ja ja das ist sogar sehr gut seht ihr wie gut das ist so ich muss mal die ganzen die ganzen karten einfach mal umbenennen so wie ich sie auch spreche zwingt ein ein kollegen äh zwingt jemanden seinen kollegen anzugreifen zwingt einen feindlichen diener seinen schaden benachbarten diener zu egal ähm so also sie hat nichts mehr nichts mehr auf der hand das heißt wir haben jetzt einen äh materialvorteil das heißt equality und weg auch wenn es weh tut so jetzt jetzt habe ich die aufsicht ach gott blizzard das war pech okay also äh jetzt das ist quasi ein achterbrocken ähm entdecken wir mal alles vielleicht finden wir es um das ganze zu entfernen ja das zum beispiel das hier zum beispiel jetzt werde ich hier schon wieder ein engländer und ich finde jetzt könnten wir folgendes versuchen wir könnten equality nutzen und einfach mit dieser fähigkeit einfach den feind einfach besiegen dann spielen wir den knappen hier aus und hau ihn mit dieser klinge hier voll in seinen Draxface ok ok die hat quasi den knappen removed aber was machst du jetzt damit hier das ist die arme von sturmwind kann nicht angehittet werden jetzt zieht sie aber gut jetzt zieht sie echt gut äh bam und äh puh bam also da und da und weg so das baut ist auf meiner seite ja gut das bringt dir gar nichts ja und ich glaube wir haben gewonnen keine ungericht kann nicht tun du hast recht du musst deinen vater aufhalten aber sorg dafür dass sich das risiko lohnt verstanden verstanden und hier du solltest etwas passendes anziehen was ist das jetzt 500 siege ah ja ich habe auch 500 siege mit dem priester jetzt gibt es die legendaries für den 500er priester wahrscheinlich ne ja mein vater und die assassinen des sieben waren schon fast dort ich befürchtete das schlimmste für moira und ihren sohn so die nächste ist moira helft moira und varian ihre differenzen friedlich beizulegen ehe ein krieg ausbricht huuu also das finde ich halt ich finde es an hardzone halt so geil die ganzen stories die so erzählt werden obwohl das eigentlich nur ein brettspiel ist ja man kann sich da richtig schön hineinfühlen und das finde ich halt auch ein bisschen geil an hardzone so findet die eindringlinge mir bleibt nicht viel zeit ah ja jetzt haben wir hier ein si7 agent naja das bringt uns alles nicht so viel ne ja gut den könnte man behalten vielleicht wenn man ne passende karte die münze haben wir ja nicht ne ne das ist alles nicht so geil machen wir mal alles weg naja vielleicht hätte ich einen dreier behalten sollen äh das ist noch schlimmer als schlimm ich muss moiras wachen beschwichtigen bevor mein vater eintrifft schaut euch die drei obersten karten des decks eures gegners an wählt eine platziert sie zuerst oben zu oberst und erhöht ihr kost um eins ok das heißt so in etwa ne so kann man ein bisschen das deck von ihm sabotieren aber ich habe keine minions gerade auf der hand jetzt habe ich einen auf der hand ok so was machen wir denn jetzt noch teurer das da gut kopiert die tronräuberin ich bin die allein erbin des königs ob es euch passt oder nicht bitte wir können das gemeinsam klären gut wir könnten den jetzt removen machen wir auch bevor er zu stark wird kopiert eine karte im deck über das gegner und erhaltet sie auf die hand hm ja was hat denn der für eine fähigkeit ruft einen arena geist 33 herbei ok wenn es nichts weiteres ist ja gut die können wir einfach mit dem removen taurisan hat moira verzaubert und gegen im volk aufgewiegelt mein mann hat nichts dergleichen getan und doch haben ihn die truppen meines vaters getötet ok geräusch der königin bleibt verborgen ok die karte kenne ich auch nicht kommt wieder auf die hand zurück ok schön äh stepper am helden jedes mal drei leben wenn ihr einen zauber wirkt was für ein krapfen und dunkler wahnsinn ist gut äh was hat das jetzt gebracht ach so ich habe seine karte erhöht jetzt ich dachte ich krieg die karte weil von den vorherigen spielen ihr wisst schon ja so varian ist auf unserer hand hat der neuen hat der neuen effekt ruft zwei si agents herbei hat haben die das geändert das haben sie geändert warum macht ihr sowas so hier krapfen essen das ist nicht geil und schaden was machen wir denn teurer machen wir mal das da teurer die heilige nova da die heilige nova da die heilige nova da die heilige nova da eifriger schüler kostet ein weniger für jeden zauber den ihr in diesem spiel auf befreundete charakter bewirkt gewirkt habt okay stellt bei einem befreundeten charakter leben wieder her ja was auf das machen wir jetzt so bam jetzt wird seine koste kosten reduced zieht ein diener verderben verringert seine kosten um eins geschichts nach du wirst teurer ach jetzt verringert die kosten seine handkarten ok die habe ich ja vorhin von ihm erhöht ne ausspioniert ja genau ähm wir könnten jetzt varian spielen ruft am ende auch als zugesweiferte die diener bei die in diesem spiel gestorben sind wär auch ne idee ähm ja komm varian seht das heer sturmwitz ah schön dass auch dieser sound komplett bis zum ende geht das war vorher auch nicht der fall äh verringern seine kosten ne alles teurer es ist Inflation alles muss teurer sein ja so funktioniert Inflation einfach die Preise schrauben ja hehehe 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 hat eben sofort wieder 2 abgezogen achja lustig das ist doch keine heilige nova das ist eine heilige nova bam äh wieso trifft es ihn nicht hell egal weg hätte Magni das gewollt den Tod seiner einzigen Tochter nein sie darf regieren aber nicht allein bildet einen Rat der drei Clans und enttäuscht mich nicht huiraj huiraj an jenem Tag hat mein Vater auf mich gehört Wenn auch nicht an den folgenden, denn immer häufiger hörte ich den Ruf des Lichts, der mich auf einen anderen Weg führte als den des Kriegers. Als Welen anbot mich auszubilden, ergriff ich die Chance und hoffte, mein Vater würde es irgendwann verstehen. Ja gut, weiter geht's. Ich sollte mal eine Pause machen. Ich nehme jetzt so eine zweieinhalb Stunden auf etwa. Ach, die Heizung ist so schön warm. Ach, wählen kann ich mich noch erinnern als Karte. Die ist richtig stark, wenn man die als Dark-Anduin nutzt. Irgendwie verdoppelt die, glaube ich, Spell-Damage, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Vertauscht Angriff und Leben eines Dieners. Setzt den Angriff eines Dieners an sein Leben an. Verleiht einem Diener 2-2 am Ende des Zuges. Oh, das sind so viele Status-Karten. Alles weg damit. Ich brauche Minions. Toll. Alles Spells. Das ist die einzige Spell-Karte. Äh, die einzige Karte, die keine Spell-Karte ist. Und die auch. Ich sehe selten Wesen wie euch. Fügt allen feindlichen Dienern zwei Schaden zu. Super. Ach, jetzt haben wir die Standard-Fähigkeit. Möge das Licht euch verbrennen. Oh, hört sich neu an. Eine kuriose Bemerkung. Hehehe, eine kuriose Bemerkung. Möge das Licht euch verbrennen. Ah, Standard-Priester. Super. Gelegentlich. Ich glaube, er sieht meine Bestimmung im Licht noch nicht. Das wird er. Äh, ja komm. Bringt zwar nichts, aber wir ziehen Karten und der wird stärker. Was habe ich mir gerade dabei gedacht? Ich habe irgendwie die... Och Mann, ich habe einen goldenen Priest und mache sowas. Ich habe die Texte falsch gelesen. Äh. Noch ist alles in Ordnung. Pass auf, wir machen jetzt mal so. Dann heilen wir den einfach hoch. Jetzt, ich erinnere mich gut an diese Karte, weil die habe ich sehr früh, äh, früher immer sehr gerne benutzt, weil die halt gut ist, um Karten zu ziehen. Warte, was ist das? Erwacht, wenn ihr fünf Leben wiederhergestellt habt. Noch fünf, okay. Ich sehe nicht alles, nur, dass ihr der Schlüssel seid. Hey, ich halte euch den Rücken frei. So, wir brauchen Card Draw. Habe ich gerade vergessen anzugreifen? Ich zeige euch die andere Sache. Vereint im Licht. Kann passieren. Ähm. Nein, sollte nicht passieren. Egal. Gut, dass ich nicht online spiele. Gerade, im Moment. So, jetzt wird gezogen. Kein, soll ich noch einmal ziehen? Ich meine, sonst ist sie weg. Ja, komm. Also, läuft doch. Fügt er einen Fallenden einen Schaden zu. Stellt bei, wie vor? Okay, das hat man schon. Ich verstehe, wie das Deck funktioniert. Moment. Wir müssen erst mal das hier wegmachen, weil das nervt. So. Dann. Heilen. Gut. Dann. Wenn ich den jetzt zum Angreifer mache, indem ich seine Leben tausche, ist er mit gegen dieser Fähigkeit weg. Okay, er geht super safe. Und macht einfach das alles weg. Äh. Fügt sich selbst drei Schaden zu. Ne. Pass auf, den kann man doch super stark jetzt machen. So. Dann tauschen. Dann das, dass er den nächsten Angriff überlebt. Kriegt er nicht noch ein Leben dazu? Ach so, stellt wieder her. Ich dachte, der stärkt den jetzt. Ach Gott, diese Textbeschreibungen. Ist nicht so schlimm wie ein Yu-Gi-Oh! Aber, ich wusste, man muss ein bisschen genauer lesen. Wie viele Finger zeige ich? Okay. Jetzt muss er das Board ein bisschen absichern. Nicht, dass wir irgendwie noch in Nachteil geraten. Das ist jetzt nicht so geil, dass er den gekillt hat. Äh, ja. Wie viele Finger zeige ich? So, wir machen den mal stark. So, ne. Vielleicht können wir uns ja wieder vertauschen. Äh. Falls wir die dementsprechend passende... Alter, was soll das? Falls wir die passende Karte ziehen sollten. Äh, wirkt ein Zauber aus eurem Deck. Ja, gut. Äh, jedes Mal, wenn ein Charakter geheilt wird. Okay, dann heilen wir ihn doch mal. Achso, seiner wird auch geheilt. Hm. Oder stärker. Dieser Diener merkt sich jeden Zauber, der ausgespielt wird. Tote, solche Mischel-Zauber in eurem Deck. Uhuhuhu. Dangerous, dangerous. Naja, Fraud-Kontrolle brauchen wir. Ähm. Tut das weh? Nein. Schattenwort tot. Ah. Ah. Das ist bitter. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie du den Priester spielst. Warte, wieso haben wir jetzt zwei von denen? Wer hat einen Zauber in eurem Deck? Fügt einem Diener vier Schaden zu. Falls er stirbt, erhaltet ihr eine Kopie davon auf der Hand. Werde zu den Helden, denen die Welt braucht. Okay, also jetzt. Zauberschub erinnert, nachdem er einen Zauber aufgedeckt hat. Okay. Alter. So, jetzt. Noch drei. Hm. Hm. Alter, wenn das gespräch... Alter, sieben gemerkt. Zehn gemerkt. Boah. Also, wenn das platzt, ne? Ist ein Deck voll mit Spells. Ja, das sieht nicht gut aus. Um mich zu sagen, es sieht katastrophal aus. Ich glaube, wir verlieren. Äh. Ja, das war's. Lasst euch nicht entmutigen, Anduin. Eure Reise hat gerade erst begonnen. So, wahrscheinlich muss man jetzt hier wieder von vorne anfangen. Ach, nee, man kann hier weiterspielen. Okay. Interessant. Ja gut, aber ich denke mal, das reicht fürs Erste. Wir könnten das natürlich bis zum Ende spielen. Aber wir müssen ja auch noch fertig werden, ne? Wir haben ja noch andere. Alter, sieben und fünf. Ja, da kann man schon seine Zeit damit verbringen, ja? Buch der Helden, ja? Von den ganzen Helden hier. Da hat jeder seine eigene Story. Das ist schon... Das ist schon nice. So, machen wir weiter mit dem Buch der Söldner. Davon haben wir 80 Sachen. Wahrscheinlich auch wieder jeder mit seiner eigenen Story. Ja, genau. Okay. Boah, die sagen mir alle nix. Ich kenne keinen von denen. Äh. Ich glaube, wir nehmen mal den Hexenmeister. Warte, Kapitel 5. Ich glaube, wir fangen mit Kapitel 1 an. Ich schwor meinem Clan als große Kriegerin zu dienen. Dieser Schwur führte mich hierher. Nach Orgrimmar. Ein neuer Peron. Mehr können wir die Frostwölfe nicht schicken. Holt einen Schamanen. Wir werden sehen, ob ihr in meiner Horde Platz habt. Jut, dann fang an. Rokara gegen Rokan. Ich bin Rokara vom Frostwolf-Clan. Ich bin bereit für ein Frühstück. Ja, dann Bon Appetit. Okay. Standard-Org-Karten scheinbar. Ich mag diesen neuen Modus. Ist ein bisschen Abwechslung drin. So. Den ganzen Helden und so. Und die Stories. Hat schon was. Äh, ja. Wollen wir gleich mit dem Eber ihn aufs Maul hauen? Nee, das bringt nicht zu viel. Leggele der Axt 3-1 an. Okay, was hat der? Ach, Totems. Okay. Äh, ja. Nee, wir warten noch, bevor wir ihn ins Gesicht hauen. Überladen und bereit für den Kampf! Äh, ja gut. So. Beide euch nicht zurück. In Rokan steckt mehr als er zeigt. Das war's. Ja, ja. Feigling! Feigling! Ihr kämpft besser, wenn ihr nicht kraseht. Ihr kämpft besser, wenn ihr nicht kraseht. Ich kann es nicht glauben. Ihr kämpft besser, wenn ihr nicht kraseht. Ihr kämpft besser, wenn ihr nicht kraseht. Ihr kämpft besser, wenn ihr nicht kraseht. Verleiht Diener auf eurer Hand 1-1. Wird aufgewählt, wenn ihr 5 Mana habt. Okay, dann heben wir uns das auf. Erhaltet einen zufälligen Zauber... ...eure eigenen Klusse auf der Hand. Naja, wir könnten ihn auch mit dem hier und dem Ewa auf die Schnauze hauen. Ja. So. Mein Clan hat Ehre. Kriegshäuptling Thrall ist ein Frostwolf. Ich hab die Elemente gezähmt, bevor Thrall seine Windel gezähmt hat. Aha. Ähm... Alter, wo kommen immer diese Kröten her? Das ist ja Wahnsinn. Unverschämtheit. Ihr erhaltet 5 Rüstungen, legt eine zufällige Waffe an. Jawoll! So, was haben wir denn da? Holzfäller-Axt. Ja. Besser als nichts. So. So, jetzt hat er Eifer. Warte, was? Beschwört Basis-Totems, bis ihr 4 davon habt. What? Ich dachte, das wäre nur Standard. Och, Mann. Ich muss besser lesen. Was ist das? Schlangen-Zauber-Schutz. Aha. Interessant. Ähm... Äh, ja. Eifer. Warte, Eifer heißt... Eifer heißt... Das geht weg. So, ich glaube, ich hab's richtig gemacht. Ha! Garrosh-Höllschrei! Sohn von... Garrosh-Höllschrei, bitte! Unser Vater ist eine Legende! Konzentriert euch auf den Kampf! Geht mir! Und ich erschaffe die glorreiche Horde, von der mein Vater nur träumte! Ja! Garrosh-Höllschrei! Das heißt Garrosh-Hellstreen! Ah! Übersetzung! Deutsche Übersetzung! Grausam! Muss was getan werden! Was, jawolle! Was, jawolle! He! Arbeit, Arbeit! He! Arbeit, Arbeit! Halt jetzt zwei Rüstungen für jeden feindlichen Diener! Uh! Nice! So! Handelbar! Zieht diese Karte zu eurem Deck und verbraucht einen Mana! Ah! Okay! Probieren wir's mal aus! Ah! Okay! Cool! Neues Gameplay-Element! Was... Beziehungsweise... Wahrscheinlich gibt's das schon länger, ne? Hä! 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 Genau. Erhaltet zwei Champions der Horde, die auf die Hand sie kosten. Eins. Okay. Helft Mann, Krieg, seine Frau zu finden. Sie wurde zuletzt irgendwo in eurem Deck gesehen. Fügt allen feindlichen Dienern Schaden zu, der diesem Angriff dieses Dieners entspricht. Eins. Wow. Verleiht Diener auf eure Hand. Zwei, zwei. Aufgewertet, wenn ihr zehn Mana habt. Bald haben wir zehn Mana. Von daher, wo ist meine Frau? Oh, sie ist irgendwo in dem Deck. Ich kann sie nicht finden. Ja gut, so wie dazu. Alter, der mit seinen blöden, blöden Totems. Ihr seid zäher, als ihr ausseht, alter Troll. Ich habe viele junge Orklinge trainiert, aber so verbissen war noch keiner. Warte, ruft ein. Scheiße, ich hätte zuerst meine Waffe. Warum lese ich mir die Texte nicht durch? Ich bin müde. Ich bin faul. Ich bin alles. Ja, fügt allen Feinde den Dienern Schaden zu, der den Angriff dieses... Nee, das hebt uns auf, bis wir das hier haben. Ach Gott, ich lese mir nicht durch. Ich merke schon. Ich werde langsam müde, weil ich so viel diese Spielspiele habe. Aber ich will noch alle Storys ein bisschen anspielen, so. Ja, können wir noch die letzten Karten-Packages öffnen. Und ja, dann Scharmützel. Ja, Scharmützel ist gut, aber verleiht allen Diener auf eure Hand. 3, 3. Ja, komm. Ach so, der braucht erst Schaden, dann wird es aktiviert. Jetzt, ja. Jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. So. Ja, ja, immer dieses Removal-Zeug. So, äh, zieht zwei Karten, kostet eins weniger für jeden Angriffspunkt eurer Waffe. Ich habe keine Waffe. So, das heißt, das kostet jetzt 0, das kostet 1, oder? Nee, doch. Hä? Egal. Eifer, okay. So, jetzt können wir noch einiges entfernen, oder? Eifer heißt, okay, Eifer funktioniert nur gegen Minions, alles klar. Das ist quasi ansturmen, bloß nicht ins Face. Ah, so funktioniert. Ja, klar. Habe ja vorhin gesagt. So, jetzt hat er nicht, fuck. Ich wollte schon sagen, er hat nichts mehr, aber, ach, man. Der mit seinen Drecks Totem. So, Echo. Hier nochmal, just for- Warum mache ich das eigentlich? Ich schalte damit meinen auch. Ah, ich bin so schlau. Ihr Geist ist stark, wie der ihres Clans. Nee, nicht, wenn ich so spiele. Nur mit einer halben Gehirnzelle. Ich bin müde, es tut mir leid. Na ja, jetzt machen wir es nochmal. Das Ding. Ja, ha, 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 ha. Ich habe keine Diener auf der Hand. Tut beleid. So, Schamitzel. Ach, der nervt mich mit seinen Totems. Kann der nicht mal aufhören? Tja. Was war das denn? Ja, Kroll fügt allen Dienern zwei Schaden zu. Erhalte jetzt zwei Rüstungen für jeden vernünfteten. WUAH! So. Endlich haben wir das. Mein Gott, der Gegner ist so nervig mit seinen Totems. Ich habe ständig das Verlangen, Sports sauber zu halten vor seinen Drecks-Minions. Gut gekämpft. Bukan übernimmt euer Training. Der Kriegshäuptling braucht frische Krieger. Ich werde ehrenhaft dienen. Wohin jetzt? Zum Silberwald? Ins Steinkallen-Gebirge? Ich wollte schon immer... Ihr geht ins Brachland. Wir machen schon eine Grunzerin aus euch. Das Brachland wurde seinem Namen gerecht. Aber wenigstens leistete mir mein Lehrer Gesellschaft. Wir liefen eine gefühlte Ewigkeit. Rokan meinte, ich war noch nicht bereit für ein Reittier. Ich bringe euch fünf Lektionen bei, damit ihr ein wahres Mitglied der Horde werdet. Ihr müsst euch als würdig erweisen. Das ist die erste Lektion. Gut, weiter geht's. Langsam werde ich müde, aber mei. Das ist so geil. Das ist wie Walter Warcraft. Man kann nicht damit aufhören, ja. Das ist wie so eine Sucht. Aber ich kenne meine Grenze, also wenn ich... Rokan, sieg mal. Der Tauren steckt in Schwierigkeiten. Wir müssen helfen. Verschwindet vom Land, Herr Kolka. Also wie gesagt, ich werde jede Story einmal anspielen und dann noch die Packs öffnen. Und dann reicht es auch für das erste, ja. Und vielleicht können wir noch ein Part machen. Also mir macht es schon sehr viel Laune, dieses Spiel. Gerade so diese verschiedenen Story-Modus mit den verschiedenen Charakteren. Hat schon was, ja. Okay, was hat er denn da? Ruft eine Hyäne 3.1 mit Eifer herbei. Was haben wir? Fügt allen faltigen Dienern 1 bis 2 Schaden zu. Okay, da ist ein bisschen Random Faktor dabei. Aber man kann wenigstens die ganzen Hyäne dann immer entfernen, wenn er quasi eine spawnt, ne. Weil die haben nur ein Leben. Äh, was haben wir da? Verleiht einem anderen befreundeten Diener am Ende des Zuges 0,2. Todesdurchland wird zwei Züge lang inaktiv. Gut, einfach mal Eber raushauen ins Gesicht. So, schöne Begrüßung. Ja, jetzt hat er zwei mehr. Noch mal ein Eber. Nur an den Wildblumen gerochen, Herr Centaur. Hier, sind die nicht hübsch? Ihr habt die Blümchen zertrampelt. Okay, wir könnten ihn jetzt entfernen, wenn wir Glück haben und der zwei Schaden zufügt. Dann können wir ihn mit dem Eber removen. Wir könnten aber auch... Den Eber spielen, oder wir spielen den hier. Und warten einfach mal. Wir müssen den ja nicht auf einmal... Warte, mischt einen Sondenschuppen-Raptor in eurem Deck und verleiht ihn dauerhaft 2-1. Näh, ich glaube, den ignoriere ich. Den können wir im nächsten Zug removeen. Dann haben wir einen zweiten Eber auf dem Feld, ne. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ach, die hat ein Eifer. Jetzt. Mhm. Okay. Das ändert natürlich die Sache, weil es gibt mehr Probleme, das Bord zu halten. Ich werde eure Knochen unter meinen Rufen zermahlen und seine Hürde als Rückenkratzer verwenden. So viel zum Verhandeln. Ähm. Ja, gut. Boosten wir mal unsere Minions. Damit wir das hier alles... ...entfernen können. Okay. Für Höllschrei. Oh, Alter. Für Höllschrei. Wer sagt Höllschrei? Los, Hyänen! Was ist das? Oasendrescher. Aha. Kämpfen? Ich? Äh, ich weiß nicht. Aber wartet. Ich kann helfen. Zum Beispiel mit sowas hier. Bam, Alter. Mit Eifer. So, und jetzt zieht eine Karte. Ach, der Draserei. Schön. Du hast die Karte gemacht. Dann fangen wir mal an. Ähm, ähm. Okay. Ihr Geheimnis kann sein, dass es eine Sprengfall ist. Wobei, selbst eine Sprengfalle wäre nicht so tragisch. Kann auch Missführung sein. Halt das, der dann irgendein Random angreift. Schauen wir mal. Ich glaube, das ist eine Sprengfalle. Das würde den hier bemoven. Na, schauen wir mal. Ja, das ist eine Sprengfalle. Okay. So, kriegt man den wieder? Einfach den zwei Zügen. Okay. Gut. Verursacht einen Schaden. Mist. Muss ich irgendjemanden ragen? Moment. Razzarai zieht eine Karte. Aha. Gebt mir eine Karte. Oder gebt mir keine Karte. Ist in Ordnung. Starringen Buzzards. Die Karte wurde aber auch so tot genervt. Warte, wieso kostet die zwei? Zieh jedes Mal eine Karte, wenn ihr ein Bildzieher herbeiruft. Ich glaube, die haben die Karte, glaube ich, wieder geboostet. Nee, für Höllschrei. Ich bin Gaffrohne, Toten. Wir könnten einen Heiler gebrauchen. Und ich würde mir nie verzeihen, wenn euch etwas passiert. Kommt mit uns. Wuhu. Gaff zieht ins Abenteuer. So, kurze Pause. Ähm. Äh, ja. Rokan führte uns nach Süden. Tief ins Herz des Brachlands. Immer auf der Hut vor den Stachel-Ebern. Der junge Tauren-Druide stellte sich als... ...speziell heraus. Seht mal! Ein süßer, kleiner Skorpid. Hey, mein Kleiner. Autsch! Vorsicht mit deinem Stachel! Oh, der Skorpid wollte nur Hallo sagen, nicht wahr? Oh, mir ist schwindelig. Hmm. Ruft einen befreundeten Dener mit Todesrecher dabei, der in diesem Spiel gestorben ist. Okay. Interessant. Okay, aber das macht ihn wahrscheinlich sehr zäh, glaube ich. Weil Todesrecher in Decks sind so Zeugen von Zähigkeit. Gerade wenn es solche Minions sind, die andere Minions holen. Okay, also. Er muss weg. So, wir können jetzt unsere Heldenfähigkeit, glaube ich, auswählen. Verleiht eurem Helden zwei Angriff in diesem Zug erhaltet zwei Rüstungen. Ach so, quasi wie diese Fähigkeit vom Droiden, die verbesserte. Ja, und immer die hier. Das war's. Was haben wir denn auf dem Feld? Beschwört am Ende eures Zuges einen Wichtelvertrauten, wenn ihr keinen kontrolliert. Todesrecher mit zwei Züge lang inaktiv Wichtelvertrauter. Kann ich diesen Spielzug nicht angreifen? Aha. Okay, er macht nichts. Gehorchelt, du nikotischer Nichtsnutz. Äh, ja, ich würde sagen, wir spielen mal was raus. Äh, die Peons. Ach, die kenne ich aus Warcraft 3. Beziehungsweise, es gibt ja keinen Warcraft 3 mehr. Es gibt nur noch Warcraft 3 Reforged. Sie sollte den Stachel-Eber einfach lieb bitten. Es sind beides Monster. Wir sollten alle beide abschlachten. Ähm. Boah. Dann hauen wir den mal weg, ne? Okay, das ist nur so ein Loot-Horder. Die kriegt man auch ganz leicht weg. Aber ihr Tod bringt mir frei. Ich versuch's. Das Schode wird zuttern euren Knochen lahmen. Das Schode wird zuttern euren Knochen lahmen. Ja. Ruft einen weiteren vergnügten Gast herbei. Vergnügter Gast. Okay. Das ist doch dieser Grim-Patreon. Hey, everyone. Get in here. wollen wir den remover oder wollen wir den ignorieren ich glaube ignorieren wir eine gute idee einfach vorbeiziehen bestimmt sind beide richtig nett nur etwas stinkig erzählt ihnen nicht dass ich das gesagt habe wenn ihr meint ich gehe bald los oh gott nein der grimm ist weg erhält einen angefühlen felsen körper fügt einem körper einen schaden zum verleidigen wo hohohoho der grimm ist weg bei der hat der hat schon rasereien egal wir haben noch einen übrig ich glaube ich hätte besser trainieren können aber was so ist ich habe diesen riesigen stachel aber bestimmt nicht wieder erweckt und ganz sicher nicht um meine feinde zu vernichten mädchen gewonnen oder nie noch nicht ganz aber fast ja der sport eklig gut ach eifer okay das soll es glaube ich gewesen sein nein jetzt hat er fünf rüstungen dazu bekommen egal reicht trotzdem so weg das könnt ihr indem ihr euch uns anschließt eine hexenmeisterin wäre im brachland echt hilfreich vergesst nicht rohkara die horde ist eine familie egal wie ihr aussieht das ist die dritte lektion die hexenmeisterin hieß thompson rome einst eine der besten schülerinnen von skolomans die beste schülerin von skolomans wenn ich bitten darf der nächste schritt unserer reise war was du dir da weg vom wasser was hat denn der für die fähigkeit hochwürgen ruft einen zufälligen diener ausgeschmiedet im brachland herbei aha also dieses ok lassen wir uns mal überraschen rohkara gegen isha abak da wohin bringt ihr uns oh nein das ist aber auch so geil dass ich glaube ich weiß nicht aber dass jeder held seine eigenen bosse auch hat ne weil das muss man ja auch alles erstmal einstellen so die ganzen voicelines und so weiter ja da haben sie sich glaube ich schon mühe gegeben da kann man nichts dagegen sagen im gegensatz zu anderen blizzard spielen haben sie sich bei hart so mühe gegeben ja ach man mich ärgert es immer noch dass overwatch tot ist ach und dass es jetzt dieses dreckige overwatch 2 gibt das absoluter bullshit ist ja die haben einfach einen helden weggenommen ach katastrophe ich kann overwatch gar nicht mehr spielen overwatch 2 meine ich weil overwatch ich kann ja overwatch gar nicht mehr spielen weil overwatch 2 das überschrieben hat totaler bullshit ja das blizzard denkt das blizzard ähm blizzard kommt ja gar nicht auf die idee dass es vielleicht leute gibt die dieses overwatch 2 nicht haben wollen und stattdessen die bei overwatch 1 spielen ja blizzard denkt ja gar nicht an sowas die denkt ja nur an money 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 mittlerweile ja der diabolo immortal ist das beste beispiel beschwört einen wichtel vertrauten 2,3 ich denke man müssen flexibel sein und diese fähigkeit ist ich weiß ja nicht ich glaube ich nehme die hier weil ich weiß nicht was ist denn das er ruft da mit dina herbei deswegen ist es glaube ich ein guter konter ähm kommt unten das war die Ehre wartet ein riesiger Drescherdon nicht irgendein Drescherdon das ist Isha Avak der streckende Händlerküste gefürchtet von der Horde der Allianz und sogar Piraten Piraten sind toll ja super zum traden bam bam Arbeit 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 das ist euer bislang gefährlichster Kampf Tötet die Bestie äh Eifer 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 Im Eifer ist Gefecht der kann jetzt zwei niemanden angreifen aber wer bist du denn Wo kommst du denn her Narbenflosse Nennt mich Dämmergriff. Danke für eure Hilfe. Wenn wir das überleben, sollten wir zusammenarbeiten. Für die Horde. Ja, für die Horde. Und kämpft. Die Ehre wartet. Eure Murlocs kosten 1. Die ist richtig geil in so Murloc-Spam-Decks. Hatte ich schon mal ernst. Mit dem bin ich auf Rang 12 hochgekommen. Ziemlich geiles Deck. Und das war ein Deck, was ich selber erstellt habe. Kein Scheiß-Deck aus dem Internet. Ja, also. Ja, ne. Ist wahrscheinlich heutzutage immer noch so, dass in Hearthstone nur mit, äh, dass man nur noch mit vordefinierten Decksmanns in die hohe Meta schafft, ja. Leider. Aber das ist in jedem Kartenspiel so. In Yu-Gi-Oh! ist es genauso. Und in Magic wahrscheinlich auch. Ah ja, super. Die ist super. Ähm, bevor ich die Waffe spiele, spiele ich vielleicht noch so ein Fick der Männer des Zuges. Allen Dienern einen Schaden zu. Hält drei Züge lang. Zieht zwei Karten. Kostet ein wenig für jeden Angriffspunkt eurer Waffe. Ich habe keine Waffe. Doch, jetzt habe ich eine Waffe. So, bam, bam, bam. So muss es sein. Wieso fügt eine Garnision Schaden zu, das Check-In-Net? Achso, Garnision. Wahrscheinlich so Verteidigungsanlagen. Ah, das macht Sinn, ja. Aber wieso allen Dienern? Dann müsste diese Garnision ja uns auch irgendwie treffen. Ach, keine Ahnung. Ja, bam. Wird der jetzt geraged? Ist der geraged? Ich dachte, der wird gar nicht geraged. Scheiße, ich habe den falsch geraged, glaube ich. Egal. Raserei, Vernichter, in Zufall habe ich nicht. Okay. Kampfstreik und Raserei. Wenn ich den Spiel sterben, zwei von mir, das weiß. Ich sollte es besser nicht machen. Blutrippe. Ruft diesen Diener mit minus eins, eins erneut herbei. Boah. Die ist richtig zäh, die Karte. Aber die wird auch immer schwächer, ne? Ja, interessant. Also ich mag diese Karte. Ah, zieht zwei Karten, ja. Erhaltet fünf Rüstungen, legt eine zufällige Waffe ein. Wenn ich das mache, ist die Waffe kaputt und tötet diese zwei. Deswegen spiele ich die fürs erste noch nicht. Nur ein kleines bisschen mehr. Das ist eine Karte Silber. Fügt allen feindlichen... Was ist denn das? Ist das eine Heldenkarte, irgendwie? Also, die den Helden ersetzt. Warum ist die so silber? Ah, das ist ein 6-3er. Jetzt, ja. Wusste ich doch, dass es eine starke Karte ist. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. So, können wir jetzt irgendwie gewinnen? Nö. Nö. Ich warte noch. Der hat noch vier. Hätte er nur noch zwei, hätte ich's gemacht. Ach, da ist er ja schon. Boah. Alter. Okay, jetzt wissen wir, was der kann. Ähm. Danke, dass du's mir gezeigt hast. Und finaler Schlag. Bam. Ihr habt eure vierte Lektion gelernt, Rokara. Keine Herausforderung ist für die Horde zu groß. Kommt, jetzt beginnt unsere echte Mission. Wir müssen in Ratchet einen Troll treffen. Ah, willkommen. Ihr müsst Rokara sein. Setzt euch doch. Schön zu wissen, dass die Horde dem alten Kasakus ihre Mutigsten schickt, um ihm mit seiner vermissten Karawane zu helfen. Ihr müsst die Überreste der Lieferung finden. Bergt, wenn möglich, auch das Sicherheitssystem der Karawane. Helden wie euch sollte das nicht schwer fallen. Oh je. Ich werd langsam müde. Ähm. Was haben wir denn da noch? Marsch des Lichtskönigs. Ich glaub, wir erheben uns. Ich glaub, ich, äh... Mach einfach mal weiter, weil... Ich halt's sonst nicht mehr aus, wisst ihr. Also, wir können gerne mal weiterspielen, wenn ihr das wollt. Ähm. Je nachdem, wie... Was für eine Bewertung dieses Video hat. Können wir gerne noch eine Runde, äh, Hearthstone spielen. Ähm. Ja. Dann machen wir mal weiter. Ich war der Prinz von Lordaeron. Als die untote Geißel in mein Land einfiel und mein Volk abschlachtete, schwor ich Rache am Drahtzieher des Gemetzels. Dem Schreckenslord Malganis. Der Dämon floh nach Nordend. Ich folgte ihm und beanspruchte die tödliche Runenklinge Frostgram. Eine Waffe von unvorstellbarer Macht. Eine solche Waffe zu führen, fordert einen schrecklichen Preis. Aber um mein Volk zu rächen, war kein Opfer zu groß. Alles klar, die Geschichte von Arthos nehme ich an, ne? Man kennt die aus Walk of 3. Ähm. Leider gibt es kein Walk of 3 mehr. Es gibt ja nur Walk of 3 Forge, aber gut. Ich hab's, glaub ich, schon mal gesagt, ne? Los. Also, wir kämpfen gegen Malganis, ne? Na, schön, Walk of 3 Musik im Hintergrund. Also, Walk of 3 Musik. Malganis! Ich habe euch erwartet, junger Prinz. Malganis, ihr werdet dafür büßen, was ihr meinem Volk angetan habt. Gut, also, wir spielen jetzt Arthos und killen quasi. Versuchen Malganis zu killen. Ähm. Noch ist, noch ist Arthos gut. Noch. Ähm. Rump 2, Gruten ist über die Hand vorbei. Okay, das ist wahrscheinlich Rekruten-Spam-Deck. Was hat er denn da? Ghoul-Ansturm. Ruft einen Ghoul mit Ansturm herbei. Ihr stirbt am Ende des Zuges. Okay. Ähm. Ja, grüne Hölle. Melde mich zum Dienstag. Jetzt gibt es Überreste der Gefallenen. Eine Quelle endloser Macht. Leichen. Ein Sacker. Der dunkle Lord sagte, dass ihr kommen würdet. Nichts wird mich daran hindern, Rache zu üben. Dämon. Erhaltet deine Leiche. Ihr haltet diese Ressource, wenn ein befreundeter Diener stirbt. Aha. Und was bringen Leichen? Keine Ahnung. Aber das ist, so eine Mechanik gibt es auch im Walk of 3. So Leichen quasi, ne. Und dann kann man die mit Totenbeschwörern wiederbeleben. Ja. Vielleicht ist diese Mechanik hier jetzt auch drin. Wäre schon was, ja. Also komm. Also wir haben drei Rekru... Drei Einser Minions. Er hat ein Einser Dreier. Ich würde sagen, wir ziehen an dem vorbei. Und schauen, dass wir den Ball... Dass wir die Balle alle bald boosten können. Ja, wir sind schon dabei. Hm. Vielleicht haben die nur drei Angriffen. Ja gut. Vielleicht Rekrut eine Silberhand, die in diesem Spiel herbeiruft. Ein Angriff. Ist das permanent? Die, die in diesem Spiel herbeiruft. Ich schätze schon, ne. So, ähm... Der hat drei, zwei... Das heißt... Ich schlag jetzt mal da drauf ein. Boosten macht wenig Sinn. Erhaltet zwei Leichen, nachdem er... Hä? Okay, er ignoriert es und geht einfach in mein Gesicht rein. Hier ist mal, wenn er einen Diener mit einem Leben herbeiruft, erhält er Gottesschuld. Das ist gut. Ja, aber ich glaube, der wird ja gemoved von seiner Waffe. Das hätte ich, glaube ich, noch überdenken müssen. Ah, da oben sieht man, glaube ich, Leichen, ne? Hier. Leichen, ja. Frostgramm. Hungert nach Blut. Ui. Warte, was? Ihr habt also Frostgramm auf Kosten eurer Seele genommen. Wie der dunkle Lord gesagt hat. Das ging aber schnell. Spart euch die Worte, Malganis. Ich höre nur noch auf Frostgramm. Der Lichtkönig hat mir wahre Macht verletzt. Wow, der hat Animationen. Cool. Haben euch die Stimmen wahnsinnig gemacht, Junge? Floreich. Haben euch die Stimmen wahnsinnig gemacht, Junge? Das ist cool, dass die jetzt eine Animation haben, teilweise. Die Stimmen wahnsinnig gemacht, Junge? Frostgramm. Ruft jeden Diener herbei, der von dieser Waffe vernichtet wurde. Boah. Jetzt werdet ihr leiden. Hey, das ist cool. Ich mag das, dass die Animationen haben jetzt. Bestimmt kann man sich das auch kaufen, so mit Echtgeld, ne? Schätze ich mal. Blizzard lässt sich das natürlich nicht entgehen, dieses Geschäftsmodell, ja. Ja, das hat schon was. Stimmt, die haben alle zwei einen Angriff mehr. Weil ich vorhin diese Zauberkarte gespielt habe, ja. Nein, kein bisschen. Zwillingszauber, was ist ein Zwillingszauber? Das kann zweimal gewirkt werden. Aha, okay. Verleiht einen Diener, ich dachte, allen Dienern. Ja, wäre jetzt so schön, um hart zu sein. In den Kampf. Ah ja, den kriegt man dann wieder. Okay. Aber hat halt dann die Zwillingszauberfähigkeit dann nicht mehr. Quasi wie Echo, bloß, dass es einmal funktioniert. Und dass der Echo nicht verschwindet. Ui. Nein, infizierte Soldaten befinden sich in meiner Armee. Oh Gott. Er hört die Stimme des Lichtkönigs. Seine Macht durchströmt die Klinge. Und euch. Selbst jetzt fühle ich sein Flüstern. Komm, spielen ein paar Minions. Fügt einem Diener sechs Schafen zu. Dienerische Feuer gebraucht, diesen Spell. Welte mich zum Dienst. Welte mich zum Dienst. Na ja. Dann holen wir ihn halt jetzt. Ich greife jetzt nicht an, weil ich mit Frostgab ein paar Leute sammeln möchte. Wow, was ist das hier? Er weckt bis zu sechs Leichen als auferstandene Flutsoldaten mit Spott. Okay. Wenn ich ihn jetzt töte, kriege ich auch Damage. Aber ich kann es wieder Hand auflegen. Naja, speichern wir den mal in Frostgrammer ein. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Was ist das denn? Beep, beep. Beep, beep. Was war das? Wie hört sich das an? Beep, beep. Beep, beep. So, machen wir mal ne, machen wir mal ne starke Knappin. Den will ich nicht kennen, weil der ist mir zu schwach. So, jetzt sind wir gleich overmächtig. Tut zwar wieder weh, aber egal. Jetzt kommen alle her. So, und jetzt noch mal weh. Oh, ich herrsche über das Licht und über die Finsternis. Und ich bin Arthas. So, Luftlandung. Ruf zwei Rekruten der Silberne Hand mit Spott herbei. Aha. Ja gut, hätte nicht so viel Platz. Ich hätte da meine Hero Power nehmen können. Ach man, ich denke zu. Egal, komm. Ich glaube, wir haben sowieso geworfen. Kann es sein? Ja, kann sein. Was sagt der dunkle Lord? Er sagt mir, dass die Zeit für meine Rache gekommen ist. Was? Er kann unmöglich zulassen, dass... Ja, so wurde Arthas böse. Ne? Ja. Und das ist der Grund, warum Arthas blöde. Blöde blöde. Ja. Au, jetzt geht's gegen Uta. Ach, das ist nur ein Prolog. Uh, das ist nur ein Prolog. Nach dem Übermalganis drängte mich der Lichtkönig nach Lordaeron in meiner Heimat zurückzukehren und die Überreste von Keltu satt aufzuspüren. Ein Totenbeschwörer, den ich im Kampf gegen die Geißel getötet hatte. Er sollte mich lehren, meine volle Macht als Todesritter zu nutzen. Lass mich raten. Danach kommt Antonidas wahrscheinlich, ne? Und Sylvanas. Ne, Sylvanas nicht. Wir können... Ja doch, Sylvanas als, äh... Ne, erst kommt... Erst kommt Sylvanas, wo sie noch gut war. Und dann kommt... Äh... Ding. Der Erzmager, wo ich gerade gesagt habe. Ist meine Prognose, ja. Arthas gegen Uta. Uta. Arthas, was habt ihr getan? Ah, jetzt bin ich böse quasi. Ach, jetzt habe ich das Leichenspiel. Fügt einem Diener zwei Schaden zu, erhält eine Leiche, vollstirbt. Okay. Ähm, da, 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 da. Verbraucht zwei Leichen, um allen Dienern auf eure Hand zwei Angriffe zu verleihen. Ich muss das mit dem Leichen jetzt mal checken. Auf jeden Fall kriegt man irgendwie Leichen, wenn man Minions killt. Kann das sein? Ja, haltet sich sowas aus, wenn ein befreundeter Diener stirbt. Ah, ja, okay. Manche Todesritterkarten haben einen Runenwert. Das ist nur bei der Deckerstellung wichtig. Beim Spiel hat das keinen Effekt. Aha. Äh... Fügt... ...ein Feind und euren Helden zwei Schaden zu. Ja gut, nehmen wir mal den da. Der Lichtkönig hat mir wahre Macht verliehen. Erspart mir eure sinnlosen Drohungen. Ach, ja, das ist... Das ist die... Ja, das ist die Geschichte, wie Uta starb. Selbst im Tod werden meine Soldaten noch nützlich sein. Naja, die Ghoul ist eine gute Methode, um Leichen zu kriegen, weil die sofort sterben am Ende des Zuges. Oder beziehungsweise bei ihrem Ansturm. Ist ja auch in Walk of 3 so der Fall, ne? Da sind Ghoul ja auch so eine Spam-Einheit. Ähm... Da-dum, da-dum. Äh... Auf den Ghoul-Haber. Ja, komm. Was hat denn der für eine Fähigkeit? Legt einen Lichtbringer an. Drei, vier... Uh, okay. Ja gut, jetzt haben wir drei Leichen. Was auch immer das bringt. Ich verstehe nicht, für was man die Leichen dann braucht. Erhalte deine Leiche, aber was bringt das? Tell me. Ähm... Fügt ein Diener drei Schaden zu, hält deine Leiche, falls er stirbt. Der ist sehr zäh. Ähm... Aber ich glaube, den kriegen wir auf jeden Fall weg. Jetzt werdet ihr leiden. Das war's. Das unschuldige Leben binden? Ist das die Art von Monster, die ihr jetzt seid? Aufgesessen! Aufgesessen! Diese finstere Magie wird die Welt zugrunde richten, Arthas. Das ist der Plan, alter Mann. Lass diesen Diener auf eure Hand zurückkehren. Er kostet statt Leben Mana. Er kostet Leben statt Mana. Aha. Okay, also dann, was bringt denn das? Achso, okay. Äh... Der ist recht stark. Aber der muss erst an dem Sporttypen vorbei. Die kriegt man allerdings nicht weg. Wer sagt, ich... Ich glaube, ich muss noch warten. Ah ja, jetzt kostet der Leben. Okay. Jetzt verstehe ich. Leuchtet die mir nicht so ganz ein. Verbraucht euren... Verleite euren Helden fünf Leben, verbraucht drei Leichen, um fünf Leben mehr zu erhalten und eine Kabel zu ziehen. Ah ja, hier haben wir schon die erste Funktion von den Leichen. Vernichtet den Feind den Diener mit dem höchsten Angriff. Das wäre der hier. Aber den kriegt man auch so weg. Ich könnte jetzt hier rein smashen und dann das benutzen. Jetzt werdet ihr leiden. Und ich gehe gleich dazu. Ey. Dann kann ich das hier benutzen. So, und das tut mir jetzt ein bisschen weh, weil der kostet Leben statt Mana. Von daher kriege ich jetzt fünf Schaden. Aber ich brauche den. Und der kommt wieder, soweit ich weiß, ne? Okay, Rekrutenspam. Infiziert alle feindlichen Diener. Sie erhalten am Ende eurer Züge zwei Schaden. Ja. Blut Vadi wird euch nicht vor dem Licht retten, Junge. Ja, komm. Ist egal. Hauptsache, wir haben Leichen. Der stirbt sowieso. Ja gut, die anderen auch. Ach, scheiße. Mich hätte hier nicht killen sollen, dann hätte ich noch ein bisschen mehr Leben bekommen. Aber egal. Das sind so Feinheiten. Wow, die Katja ist scheinbar unsterblich, weil die kommt immer wieder auf die Hand zurück. Die kostet halt immer Leben, das ist das Problem. Deswegen kann man die nicht unendlich mal spammen, weil man müsste halt dafür sorgen, dass man immer wieder sich heilen kann. Was jetzt diese Klasse wahrscheinlich nicht so leicht ist, abgesehen von diesen ganzen Spells, die man vielleicht nutzt. Was wir gerade hatten da mit diesen... Ne? Ja gut. Also, der da. Der hat zwar jetzt acht Mal gekostet, aber... Aber der ist 5,5 stark. Also, im Vergleich zu unseren anderen Karten, die wir jetzt hier haben. Vernichtet einen zufälligen Diener auf der Hand im Deck und auf der Schlachtfeldseite des Gegners. Krass. Wow, krass. Flickwerk. Ah ja, Flickwerk. Spielen wollen. Ja, genau. Der mit seinen Minions immer. Mit seinen Rekruten. Der soll immer ausgebildete Soldaten in den Schlacht schicken und nicht nur irgendwelche Rekruten. Greift am Ende eurer Zuge den Feind mit dem niedrigsten Leben an. Also, quasi eigener Rekruten. Genumfresser. Fickt er in den Diener drei Schaden zu, erhältet ein Leiche, falls er stirbt. Einfach ins Gesicht und gut ist so. Den können wir auch noch spielen, der kommt. Tut zwar weh, aber egal. Kriegt man eh wieder zurück. Ach Gott. Hat er sich gerade selber gekillt? Uta hat sich selbst umgebracht. Aber ich glaube, der hat sowieso verloren. So, jetzt kommt Jane, äh, wie heißt sie? Ja, genau, das Silvan aus, dass sie noch gut war. Wusste ich's doch. Ich glaube, der hat sich als nützliche Verstärkung für meine Untoten. Wir marschierten durch die Wälder von Keltalas zur großen Elfenstadt Silbermond. Mein Ziel war der Sonnenbrunnen. Ein Quell mystischer Energie und Ursprung der unsterblichen Kräfte der Elfen. Dort würde ich Keltu-Sat als Lich wiedererwecken. Keine Armee hatte je die Tore von Silbermond durchbrochen. Aber bisher hatte es auch noch kein Todesritter wie ich versucht. Ja, arme Silvanas, ne? Jetzt wird sie böse, zur Benshee. Althas hat sie ja dann letzten Endes besiegen können. Und sie in eine Benshee verwandelt, ja. Ne? Ah, sie hat auch eine Animation. Cool. Oh, ich krieg echt Lust mal wieder Warcraft zu spielen. Aber es gibt ja kein Warcraft 3 mehr. Leider. Deswegen ich es auch leider nicht spielen kann. Schade eigentlich, ne? Ähm, wählt einen feindlichen Diener. Eure Diener greifen ihn an. Ruft alle Diener, die dabei sterben, erneut herbei. Na, komm. Ähm, ja. Elfentorfer und Silbermond. Okay, das müssen wir jetzt zerstören. Das ist auch in Warcraft 3 der Fall. Dann müssen wir zuerst uns durch die ganzen Tore kloppen, 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 ja. Okay. Äh, ist nur ein Arcana-Schuss. Halb so wild. Der unheilige Tod steht vor euren Toren, Waldläuferin. Versucht es nur. Das Tor wird durch unsere mächtigsten Zauber geschützt. Niemals werdet ihr es überwinden. Klopf, klopf. Schärfer Pfeil, schärfe Augen. So, was haben wir denn da? Antimagische Hülle. Verleiht euren Diener ein 1-1 und kann nicht als Ziel von Zauber- oder Heldenfähigkeiten gewählt werden. Okay, fügt zwei zufälligen Fettin-Diener einen Schaden zu. Ah ja, so ein Splitter quasi. Zack, zack. Sperrfeuer. Ruft eine untote Bäuerin herbei. Infizierte Bäuerin. Verursacht zwei Schaden. Ja, okay. Okay, Silvanas schießt wieder Pfeile auf uns. Der Feind wird je unsere Tore durchbrechen. Dieses Land wird schon bald fallen. Ähm, Todbringer der Jimniar. Verbraucht drei Leichen, um einen auferstandenen Jimniar mit Sportwider zu beleben. Wir haben gerade nur eine Leiche. Aber im nächsten Zug kommt man wahrscheinlich zwei, weil die wahrscheinlich mit ihren Bogen zwei killen wird. Ruft zwei Zombies mit Sport dabei. Verbraucht vier Leichen, um ihnen Wiederkehr zu verleihen. Wiederkehr wird nach dem ersten Tod mit einem Leben wiederbelebt. Ah, okay. Flieger im Diener zwei Schaden zu. Ruft ein Zombie mit Eifer herbei, falls das Ziel stirbt. Ja gut, wir können nicht viel machen, außer dass wir jetzt angreifen. Den hebe ich mir auf. Holen wir uns ein paar Ghoule her. So, bam. Jetzt haben wir zwei Leichen. Ah, das ist Scharfschießen bestimmt. Eine davon ist Scharfschießen. Also gut, dann holen wir uns eine Todesrecheln-Karte irgendwie raus. Komm schon an Todesrecheln, zieht eine Karte. Jawohl, dann kriegen wir zwei Karten. Scharfschießen. Ich wusste es. Okay. 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 Jetzt können wir hier ein bisschen, äh, verleihen wir einen Diener ein, verbraucht fünf Leichen, um die Stattdessen. Ja gut, das sollte man nehmen, wenn man eine größere Masse an Einheiten draußen hat. Äh, verbraucht vier Leichen. Wir haben fünf Leichen, ja gut, dann machen wir das mal. Oh, jetzt hat sie sich verwandelt. Ach Gott, natürlich. Finde ich, ist so eine Karte auch dabei. Nääääh. Autsch. Dachtet ihr wirklich, dieser Plan würde funktionieren, Todesritter? Ich bin dieser Verzögerungen überdrüssig. Jo, dann nehmen wir mal auf jeden Toten, und zwar jetzt. Okay, und noch ein Ghoul dazu. Blah, 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 blah. Entdecke einen Zauberer aus eurem Deck, verleiht ihm einen Zauberschaden, wenn es ein Arkan-Zauber ist. Okay. Okay. Äh. Er weckt am Ende eures Zuges eine Leiche als auferstandene Fußsoldaten mit Spott. Weiter in den Angriff verbaut, ne? Der Spott. Ich glaube, wir brauchen Spott. Endlich sind meine Arme nützlich. Den können wir auch noch spielen. Die Gefallenen werden dienen. So, wir müssen Spammen. Zombiespam. Blah, 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 blah. Die Geißel, füllt eure Seite des Schlachtfelds mit zufälligen Untoten. Geil. Ähm, verleiht er einen Diener in einen Angriff. Ja, ich würde sagen, wir klopfen erstmal hier alles weg. Naja, jetzt können wir uns dann noch aufheben. Schade einen zufälligen Diener in eurem Deck, um drei Leichen zu erhalten. Ja, ist okay. So. Ihr geht langsam die Karten aus. Ja, gut, mir auch. Aber ich habe mehr Zeug auf dem Feld. Okay, verleiht euren Dienern einen Angriff. Na komm, hauen wir das jetzt mal raus hier. Bäm. Und jetzt noch das da. Na, das hätte ich auch noch vorher machen sollen. Ach Gott, mal wieder nicht gerechnet. Naja, egal. Manche Dinge sind unvermeidlich. Elende Monster. Ihr mögt das erste Tor durchbrochen haben, aber das zweite wird euch aufhalten. Ja, das zweite hat nur zehn Leben. Ähm, nee, so nicht. Und, bäm. Ich bewundere euren Mut, Elfe. Aber der Kampf ist vorbei. Dann wird das mein letzter Kampf, Monster. Äh, ihr habt gerade 20 Leben, äh, Schaden bekommen. Ähm, okay. Und was ist das? Sprengfalle. Ja, okay. Piep. So, jetzt können wir... Jetzt können wir zu guter Letzt noch diesen Spell hier raushauen. Moment, 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 Moment. Erstmal hier. Erstmal hier, Sprengfalle triggern. Ähm. So, jetzt ist das Feld nämlich leer. Und jetzt kriegen wir hier wesentlich mehr raus. Wer rett euch, meine Krieger. Wir stoßen ein letztes Mal vor. Oh, Symba. Tja. Boah, der kostet einfach Null. Ja, ich glaube, das sieht nicht so gut aus für Sylvanas. Ich meine ja nur, ähm, ja, ne? Das wagt ihr nicht. Und jetzt verwandelt er sich. Hm. So, und jetzt kommt Antonidas, oder? Will ich behaupten. Ne, Illidan. Ach, soweit schon. Okay. Okay. Nach meinem Triumph am Sonnenbrunnen rief mich der Lichtkönig zu Hilfe. Der Dämonenjäger Illidan Sturmgrimm belagerte den Frostthron, wo die Seele meines Meisters in einem eisigen Gefängnis weilte. Die Macht des Lichtkönigs gehörte mir. Sie war zum Greifen nah, aber ein letzter Feind stand mir im Weg. Da wurde jetzt aber viel übersprungen, ne? Erst so die erste Untoten-Kampagne aus Wolkow 3 und dann ist auf einmal The Frozen Throne die letzte Kampagne, ja. Okay, aber da gab es noch jede andere, da gab es noch ein paar Gegner dazwischen, ja. Antonidas. Wie noch? Gegen wen hat er das noch? Ja gut, danach hatte er nicht so eine Rolle. Dann hat er noch irgendwie die ganzen Schreckensdämonen vor sich, nachdem der quasi den Thron der Anspruch hat. Ne? Die ganzen, die drei, die drei Schreckenslords, die er dann bekämpft hat. Dann noch, ja, dann Sylvanas nochmal, als sie böse war und dann noch so dieses, dieses, dann war, dann war ja, boah, da hat er noch Keltas als Feind. Ne? Als Keltas quasi mit Illidan zusammen sich verbündet hat, um den, äh, Lichtkönig zu stürzen. Ja, dann hat er sich mit Anubarak verbündet. Da hätte man noch ein bisschen was draufsetzen können, ja. Das ist mir schon ein bisschen zu kurz, muss ich dazu sagen. Aber egal, Illidan. Er hat die Fähigkeit Dämonen klauen. Zwei Angriffe in diesem Zug. Okay. Aber man kann sagen, Illidan ist Arthas größter Rivale gewesen. Ja, also in der Story. Verursacht viel Schaden eurer Nächste. Ja, ich brauche Minions. Kann ich alles wegschmeißen? Ich brauche Minions. So. Also, hast du was zu sagen, Illidan? Nix. Okay. Er hält einen Angriff für jeden Frostzauber in eurer Hand. Frostzauber. Ah, scheinbar haben die ganzen Spells jetzt so, äh, Kategorien, Frostfeuer habe ich schon gesehen, ne? Finde ich cool, finde ich cool. So, da hat er seine Cleven natürlich, ja. Zieht eine Außenseiterkarte von eurem Deck, hä? Hat er. Okay, er kann nochmal angreifen. Na gut, dafür ist seine Waffe dann weg. Warum hat der überhaupt? Verändert Illidan. Ich schätze, der Schädel des Gul'dan ist euch nicht bekommen. Ich habe alles für diese Macht geopfert, Todesritter. Ich bin zum Monster geworden, um Monster wie euch zu jagen. Warum hat der von Anfang an eine Fünferwaffe, das ist nicht fair. Zieht ein Frostzauber. Hm, zieht ein Frostzauber. Ja, komm. Der Frozen Throne. So, jetzt ist sie endlich weg. Gott sei Dank. Ähm, okay, dann, äh, fügt er einem Feind Schaden zu. Näh, Fenty-Karakter können nicht geheilt werden. Näh. Oh, holen wir uns mal. Oh, oh. Nein, das ist nicht gut. Das ist schlecht. Das ist unfair. Ach Gott. Fügt allen Feinden zwei Schaden zu. Fügt einen zufälligen Feind zwei Schaden zu. Fügt, fügt, füllt zwei Manokristalle wieder auf. Aha, fügt allen Feinden Schaden zu. Ähm. Ja, komm. Es spricht absolut nichts dagegen. Verschmettern ihre Knochen. Zwei Manokristalle wieder auffüllen. Fügt einen Feind. Fügt einen Feind. Fügt einen Feind. Ich sage immer, fühlt einen Feind. Ich kann gar nicht mehr richtig sprechen. Aber wir haben es gleich. Autsch. Autsch. So, alle Feinde haben ein Leben. würde den Frost-Tron zerstören. Nur so erhalte ich, wonach ich mich sehne. Wie tragisch. Ein Dämon mit gebrochenem Herzen. Ha. Wärmlich. Ha. Die Sprüche. So, jetzt. Feld ist removed. Und ja. Ähm. Was können wir hier noch? Ja, komm. Holen wir uns mal Tarsarian. Wiederkehr, Kampfschrei und Todesrein. Fügt einen zufällig. Ne, den heben wir uns auf. Holen wir uns den Koloss. Das war's. Frischer Teufelsstahl. Eis aus der Besse. Warum hast du das nicht zuerst gemacht? Bevor du angegriffen... Der spielt genauso dumm wie ich. Er passt sich seinem Gegner an. Die KI passt sich dem Gegner an. Ach Gott. Okay. Entdeckt eine Karte mit Frost-Gunde, falls er stirbt. Probieren wir's mal aus. Fickt einen Feind. Drei Schatten zu uns. Führt ihn ein. Fickt einen anderen. Zieht eine Karte. Verbraucht zwei Leichen. Und meine Rechte jetzt... Ja, komm. Ich will Karten ziehen. Okay. Zieht eine Karte. Verbraucht zwei Leichen. Haben wir zwei Leichen? Nein, haben wir nicht. So, jetzt. Ich werde euch wahre Macht zeigen. Okay. Warte, was ist das? Wow. Dämonen-Schlag verursacht drei Schaden. Ja, genau. Das escalated quickly. Gut, dann. Scheiße. Jetzt. Führt den Feind zwei Schaden zu. Und führt ihn ein. Nee, das wollen wir nicht. Zeit für meine Rache. Der Lichtkönig hat mir wahre Macht verliehen. Nichts wird mich ablenken, Todesritter. Ich brauche Nachschub. Fügt zwei zufälligen Feinden einen Schaden zu, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Nein. Äh. Fügt zwei zufälligen Feinden einen Schaden zu, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Nee. Ach, scheiße. Ich habe vergessen, anzugreifen. Ach. Okay, jetzt ist was auf dem Feld. Damit können wir doch was machen. Heute wird der Lichtkönig sein Ende finden. Fügt einem zufälligen Feind zwei Schaden zu, nennen wir das mal. Gut. Fügt einem Feind zwei Schaden zu und fügt ihn ein. Fügt einem Feind drei Schaden zu und fügt ihn ein. Ja, das machen wir. So, der hat Rodos euch. Und das heißt, wir können da ruhig rein trainen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil wir dadurch keine Karte verlieren. Führer des Frostwürms. Verursacht fünf Schaden, friert alle Feind den Diener ein, ruft einen Frostwürm herbei. Geil. Fügt einem Feind zwei Schaden zu und friert ihn ein. Eben gehen langsam die Karten aus. Macht von Menethil. Hatte nicht seinen Frostgraben? Warum will er denn eine neue Waffe tragen? Egal. Pass auf, wir spielen jetzt mal den da. Und seinen Bruder. Dann casten wir mal ein Spell. Und hoffen, dass der weg geht. Genau. Gut, jetzt kann er auch seine Heldenfähigkeit nicht nutzen. Achso, die kostet vier Mana. Ah, okay. Ich dachte schon, die kostet zwei Mana. Ah ja, nochmal so ein Frostwürm. Verbraucht bis zu fünf Leichen, fügt für jede einen zufälligen Feind zwei Schaden zu. Zieht zwei, fügt allen Feind zwei Schaden zu, bis beide Wend frei zu. Okay, ja, nehmen wir mal, äh, ja, sorry, ich mach ja schon. So. Boah. Ah ja, das war cool. Okay. Elidaden. Deine Zeit nähert sich dem Ende. Der Tod wird gegen dich obsiegen. Das war's. Ihr dürft nicht erinnern, nein! Warte, wieso habe ich Level 11? Neue Klasse freigeschaltet, Todesritter, neuer Held, der Lichtkönig, Todesritterkarten sind in eine Sammlung verfügbar, ja geil, gibt es eine neue Klasse, ja Wahnsinn, das ist cool, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass da eine neue Klasse eingeführt wird, wurde, äh, voll nice, also ich feile die Klasse, Blut, Todesritter, Frost, Todesritter, unheilig, Todesritter, und irgendwie hat es mit diesem Symbol noch auf sich, wie man sein Bronze 10, ja, ich bin ein bisschen abgewürftet, wieso Bronze 10, achso Bronze, ja, verstehe, also früher, ich kenne es ja noch, da gab es irgendwie Rang 25 bis Legend, ja, und jetzt aber gibt es scheinbar so Bronze, Silber, Gold und so weiter, ne, finde ich ein bisschen, ich glaube, das finde ich sogar besser, weil, ja, früher hat man es so gemacht, da hat man sich mit Absicht runterfallen lassen, dass man quasi Siegel farmen konnte, dass man seinen goldenen Held kriegt, ja, hm, hm, und was ist das, Wild, Standard, ungewertet und Klassik, okay, ja, und natürlich kann ich meine Decks nicht benutzen, Todesritter, die allerdings schon, ja, Ghoul ansturmen, ja, ist tatsächlich eine neue Klasse, cool, müssen wir hier reingehen, ich meine Ghoul, haha, Kapiat Ghoul, ne, das habe ich jetzt nicht gesagt, ne, ne, sorry, so, und hier können wir, naja, weil, weil hier meine Karten hüllen, äh, uraltes Zeugs teilweise, da, Naxxramas, ja, hier Naxxramas, Belohnung für alle Spiele, die im Juli 2014 im gewerteten Modus Rang 20 erreicht, oder, ne, das ist so alt, und die ganzen Dinge habe ich verpasst, ja, Ah, ja, ja, naja, komm vor, aber ist ja nur ein Kartenrücken, also ist nicht wichtig, also, dann haben wir hier, äh, Helden, ach, es gibt auch neue Helden, scheinbar, cool, und wie viele Helden, interessant, also ist, ich finde, es ist auch geil, also Harzda hat sich echt positiv entwickelt, muss ich sagen, als ich weg war, gut, ich weiß natürlich nicht, wie die Meta an sich ist, aber an sich, hätte ich schon wieder Bock, Harzda um zu spielen aktiv, Nun gut, soviel dazu, und es gibt, glaube ich, noch einen neuen Spielmodus, den habe ich mir noch gar nicht angeschaut, Schlachtfeld, ne, ach, soviel, soviel Neues zum Anschauen, ich habe jetzt vier Stunden lang alleine die, äh, Singleplayer-Sachen angeschaut, aber es gibt natürlich noch Multiplayer-Sachen, und was weiß ich, also, ach, wenn ihr noch nicht Harzda gespielt habt, man kann sich da echt stundenlang beschäftigen, aber es ist halt Pay-to-Win, ja, jetzt, wenn du in den Shop reingehst, Rückkehrer-Paket, Rückkehrer-Paket, reduziert, goldenes, wildes Paket, ja, kostet natürlich alles, die wollen natürlich Geld machen, das ist klar, weil das ist natürlich nicht alles kostenlos, so, beziehungsweise, die müssen ja auch irgendwie das Ganze finanzieren, deswegen, äh, gibt es natürlich ein paar Inhalte, die man sich kaufen muss, die Karten an sich muss man auch alle kaufen, aber man kann natürlich auch welche so freischalten, man kriegt, man kriegt ja dieses Gold, soweit ich weiß, und man kann, da kann man sich mit diesem Gold, oder kann man sich mit Gold Karten kaufen? Oder haben sie das geändert, weil es heißt ja jetzt hier, Ruhnsteine können für Packungen eingetauscht werden, Gold kann zum Kaufen von Packungen, ah ja, man kann beides quasi benutzen, okay, und hier kann man sich die quasi die, äh, was ist denn, also Ruhnsteine, hier kann man sich auch die alten Abenteuer kaufen, mit den alten Packs, das gab es ja früher überhaupt nicht, ja, da hat man damals gesagt, so, die alten Packs sind nicht mehr verfügbar, aber scheinbar, kann man wieder so alte Packs hier erwerben, ja, so große Turnier beispielsweise, finde ich nice, weil früher konnte man alte Karten nur mit Staub sich herstellen, das haben sie echt gut gemacht, also ich muss schon sagen, Props am Blizzard, also ich finde Blizzard nach den ganzen Entwicklungen, nach den ganzen Skandalen mit Warcraft 3 VForge und Diablo Immortal und Overwatch 2, was sie da alles für Katastrophenspiele rausgebracht haben, äh, aber das Hardzone, das haben sie gut gemacht, also da kann ich nichts dagegen sagen, also, ne, ich meine, man muss das ja alles nicht kaufen, diese ganzen DLCs, Sachen und so, diese ganzen kosmetischen Inhalte, da, muss man sich nicht holen, ja, das ist alles optional, hier, na gut, die ist natürlich, weil, die ist natürlich, okay, das ist eine, was ist die Diamantkarte? Wahrscheinlich sind das so neue Kartenarten, die extrem selten sind, noch seltener als Legendaries, glaube ich, ja, 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 aber das macht, das, das tut hart so ein bisschen, gibt hart so einen neuen Reiz, muss ich sagen, und hier gibt es sogar goldene Packages, ja, wo du quasi wahrscheinlich nur goldene kriegst, hat natürlich seinen Preis, ja, wenn du dir 30 Karten, Packungen kaufen willst, die alle golden sind, zahlst du da schon mal 100 Euro, ihr dreht das ja, naja, also die Preise haben sich wahrscheinlich nicht gerade positiv verändert, ich kann mich erinnern, früher hat eine Packung, glaube ich, 2 Euro gekostet oder so, oder 1 Euro, jetzt können wir mal schauen, wie viel kostet denn heutzutage eine ganz einfache, klassische Packung, ähm, wo sind die ganzen, klassischen Packungen, gibt es überhaupt noch klassische Packungen, oder wurden die alle kategorisiert, so, ich will jetzt mal eine klassische Packung, Hartstone kaufen, gibt es nicht, ähm, also, jetzt kaufen wir uns mal eine Packung, okay, kostet Gold, wie kostet das, okay, das sind jetzt, zwei Packungen, die kosten, drei Euro, das heißt, eine Packung kostet 1,50 Euro, je nachdem, wenn man mehr kauft, kostet es ein bisschen weniger, das Packungsstück, aber das ist ja, bei jedem Angebot so der Fall, wenn man irgendwelche Massensachen kauft, dann kriegt man es natürlich reduziert, das ist überall so, ja, nun gut, ähm, Tagebuch, okay, das sind Quests scheinbar, das sind Achievements, was bringt denn das Erfolgspunkte, was bringen Erfolgspunkte, Prestige wahrscheinlich, ui, da ist sogar eine Statistik von all meinen Siegen, 3.716 Siege insgesamt, dass das noch gespeichert wurde, ja, hier seht ihr meine Wertung, ja, Priester meisten Siege, gewinnt als Priester 1.000 Siege, und gewertet Modus in der Arena, um Sieg des Priesters frei zu schalten, Alter, man kann selbst mit einer Klasse noch weiter spielen, nachdem man 500 Siege hat, weil früher habe ich nur die Helden gespielt, die, äh, noch nicht 500 Siege hatten, und jetzt motiviert das natürlich einen noch weiter, äh, zu spielen, ja, sag mir, also, es gibt sogar Dämonenjäger als Klasse, als neue Klasse, ja, krass, also, Hartz-Zone hat sich echt extrem verändert, also, ich erkenne das gar nicht wieder, ähm, aber ich sehe es nicht negativ, ich sehe es im Gegenteil, ich sehe es extrem positiv, vor allem, dass man jetzt auch alle Kartenpackungen kaufen kann, weil früher war das alles recht übersichtlich, so, was man an Möglichkeiten hatte, ja, aber jetzt ist es gewaltig, ja, jetzt, wenn du dir allein schon den, den Abenteuer-Modus anschaust, ja, was du alles an Möglichkeiten hast, Wahnsinn, Wahnsinn, also, ich bin positiv überrascht, so, und jetzt haben wir hier, warte, wir haben hier ein paar Kartenpackungen irgendwie bekommen, drei Stücke irgendwie von denen hier, ja, dann würde ich sagen, ich, äh, verabschiede mich jetzt da fürs Erste, das war das, Moment, ich, mach jetzt einfach mal hier, also, folgendes, ich werde jetzt noch die Packungen öffnen, die ich da habe, aber ich schalte meine Webcam, um mich selber aus, und, äh, werde euch dabei teilhaben lassen, was ich jetzt so alles öffne, und, ja, im Sinne, in dem Sinne war es das für das, äh, 12 Jahre Special, Hartz und hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, gerne wieder mehr, und, ja, in dem Sinne, wir sehen uns dann beim nächsten Video von mir, ähm, bis dann, habt noch einen schönen Tag, und, ja, ciao. 1, 5, 7, 6, Eppig selten! Eppig selten! Selten! Freuden und selten! Seid! 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 Wow, legendär! Selten! Selten! Golden und selten! Äppisch selten! Selten! Äppisch selten! Selten! Wow, legendär! Selten! 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 Wow, legendär! Äppisch! Selten! 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 Äppisch! Selten! 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 Zettel! 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 Wow! Legendär! Zettel! 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 Episch! Zettel! 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 Episch! Zettel! 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 Äppisch! Zettel! Seid! 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 Eben und gewünscht! Seid! 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 Seid gewünscht! Seid! 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 Penso! Eben und blöcke! Seid! Selten! Selten! Wow! Golden und Legendär! Selten! 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 Das ist Golden und Selten! 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 ZEITEN! 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 Zählen! 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 Golden und selten! Episch! Golden und episch! Wow! Legendär! Wow! Legendär! Selten! Wow! Legendär! Selten! Selten! Golden und episch! Selten! Selten! Golden und episch! Selten! Selten! Golden und episch! Golden und episch! Selten! Golden und episch! Selten! mondial Jägen! Jägen! 18-A- Jägen! Zählen! dign ZEITEN! Ich bin ZEITEN! 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 KOLKE ist gewünscht! ZEITEN! 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 ZEIT! 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 Wow! Legenda! ZEIT! ZEIT! Wow! Legendaire! Gruselig! ZEIT! 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 ZEIT!